Ich rede heute mit Daniel darüber, welche Aufgaben der Staat in unserer Gesellschaft erfüllen sollte und wo er sich besser raushalten sollte. Hallo Daniel. Ja, hallo Konstantin. Woher kommst du politisch erstmal so grundsätzlich, also wie würdest du deine politische Einstellung am ehesten beschreiben? Also heute prinzipiell liberal. Also das ist so meine politische Überzeugung nach außen und auch das, wo ich wirke. So vom Inneren oder einfach vom Gefühl her, was in der Welt falsch läuft, würde ich mich sogar als libertär bezeichnen. Aber das ist eben eher sozusagen eine persönliche Einstellung oder eine Überzeugung, die ich versuche auch nach außen zu tragen, im Sinne von keine Macht über andere ausüben. Ich weiß, da kommt vielleicht noch das kritische Problem mit dem Eigentum, aber das ist so eigentlich meine innere Haltung. Aber ich gestehe eben ein, dass wenn ich über eine Großgesellschaft, eine Massengesellschaft, die wir immer haben, nachdenke, dann bin ich liberal mit einem gewissen Minimalstaat. Ja, in unserer Gesellschaft übt ja auch immer jemand Macht über andere aus. Das lässt sich meiner Meinung nach auch gar nicht abschaffen. Oder wird sowas anders sehen? Ja, das ist dann wieder die Frage, was es macht. Also für mich ist es eben gerade, wenn ich mich als libertär bezeichne, immer so der Zwang über andere und vor allem dann immer der willkürliche Zwang über andere durch Gewalt. Und das lässt sich schon ausschließen. Also das ist eigentlich meine Überzeugung, meine Haltung, dass man prinzipiell aus den Interaktionen, persönlichen Geschehnissen, die Menschen miteinander haben, dass man die Gewalt raushält. Und ja, ich meine, letztlich hat sich ja auch historisch daraus der Staat hervorgebracht. Der ja versucht, die Invidung zum Handel zu bringen, ohne Gewalt einzusetzen, hat aber natürlich selber den größten Gewaltapparaten. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, schon beim grundsätzlichsten Punkt. Staatliches Handeln basiert ja letztlich auf Gewalt. Deswegen, glaube ich, kann man das da gar nicht rausnehmen. Also wenn du Staaten hast, solange hast du eine Institution, die letztlich auf Gewalt basiert. Ja, das ist korrekt. Deswegen sage ich, also ich sehe das eben ein, die Realitäten sind so, dass man für eine Massengesellschaft so etwas wie einen Staat braucht und damit gewisserweise Gewalt. Aber dennoch versuche ich selber natürlich das rauszuhalten. Und dann kann man sich natürlich noch überzustatten, was ist denn jetzt Gewalt? Also ich habe es eben schon gerade definiert als wirklich ein Zwang über andere. Da gibt es natürlich auch andere Definitionen drüber, was alles irgendwo Gewalt sein kann oder als Gewalt gesehen wird. Ja, wir sprechen ja jetzt gerade erstmal von physischer Gewalt. Ganz genau, ja. Und in unserer Gesellschaft ist es ja so, dass der Staat ein Gewaltmonopol hat, beziehungsweise idealerweise haben sollte. Es gibt auch viele Staaten auf der Welt, die schaffen das nicht sonderlich effektiv, das durchzusetzen. Aber eigentlich ist es so, dass der Staat Gewalt monopolisiert, damit die privaten Akteure die nicht gegeneinander richten können. Ja, genau. Da hätte ich jetzt auch erstmal prinzipiell nichts dagegen. Das heißt, du bist grundsätzlich damit einverstanden, dass es einen Staat gibt, der dieses Gewaltmonopol ausübt. In Anbetracht aller Alternativen, die wir zurzeit kennen, ja. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir über Technologien oder über neue Konzepte einen Weg finden, um das zu verhindern. Das mag ja vielleicht ein bisschen kryptisch klingen. Ich meine, ich komme auch ein bisschen aus dem Bitcoin-Bereich. Das, was es eigentlich bedarf, also das ist wieder eine libertäre Überzeugung, ist eine Möglichkeit, dass man Eigentumsübertritte gewaltsamer Natur unmöglich macht. Und dann wäre meine Meinung dazu, bräuchte man auch keine Gewalt. Also dann hat das ja kein Ziel, keinen Zweck, wenn ich Eigentumsübertritte nicht mit Gewalt ausüben kann. Ja, da sind wir schon bei einem sehr interessanten Punkt. Eigentum. Also Eigentum bedeutet ja, dass man Verfügungsgewalt über materielle Sachen hat. Ja, genau. Das heißt, in unserem Wirtschaftssystem ist es aber doch so, wenn die Kapitalrendite über dem Wirtschaftswachstum liegt, dass dann die Ungleichheit immer weiter steigt, dass sich dann das Eigentum dann also in wenigen Händen immer weiter zusammenweilt. Sollte der Staat dort deiner Meinung nach für einen Ausgleich sorgen oder ist das für dich ein zu starker Eingriff ins Eigentum? Naja, das klärt ja gar nicht die Frage, warum das Kapitaleigentum schneller steigt als die Wachstumsrate. Also gerade Liberale sind ja der Meinung, oder nicht unbedingt alle Liberale, aber prinzipiell sind das ja die Verzerrungen, die durch beispielsweise ungedeckte Geldschöpfung stattfindet, die ja vor allen Dingen dann in Investitionsgüter wie Immobilien oder Aktien fließen. Und ob das dann tatsächlich eine Rendite ist, die sozusagen sich aus echten Werten speist oder eben einfach nur durch diese Stimulanz entsteht, ist damit ja nicht geklärt. Aber natürlich also den Fakt, ich kenne das ja, es ist ja auch gerade von Piketty eigentlich die Formel, dass einfach die Kapital- und Wohnrenditen größer sind als das Wachstum. Und dann haben wir unter Umständen Verteilungsprobleme, insbesondere dann, wenn eben gerade die ärmeren Schichten sich überhaupt nicht daran beteiligen. Also es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten mit Fonds oder ähnlichen Sparplänen auch an Kapitalrenditen, wenn man wenig Geld hat, zu profitieren. Ja, aber Piketty belegt ja, dass das empirisch eben, also belegt ja empirisch, dass das in der Realität nicht der Fall ist, dass die Ärmeren von Kapitaleinkommen leben, sondern die Ärmeren leben von dem Lohn, den sie kriegen, von Transfereinkommen, beziehungsweise 99 Prozent der Bevölkerung tun das und das reichste Prozent der Bevölkerung in einigen Perioden, also vor allem in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, sogar nur das reichste Promille der Bevölkerung, leben von Kapitaleinkommen hauptsächlich. Ich habe jetzt auch nicht die Antwort, ob die davon leben. Also man könnte es natürlich jetzt wieder über drei Ecken sagen, die leben dann doch davon, weil sie am Ende ja bezahlt werden von jemandem, der vielleicht dieses Kapitaleinkommen bekommt und damit sie wieder bezahlt. Es geht letztlich daran, man kann sich durchaus auch an diesen Kapitalrenditen auch mit wenig Eigenvermögen durchaus was abholen. Also eigentlich wollte ich darauf hinaus, dass das eine makroökonomische Betrachtung ist, die für mich real wenig von Wert ist. Natürlich kann man global dann sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Einkommensverteilung, die ungerecht ist. Aber das führt dann wieder zu so vielen Implikationen. Ich hatte es ja gerade angesprochen, also wie wird unter Umständen auch wieder diese Kapitalrendite abgegeben oder was haben Staaten damit zu tun, indem sie Geld da reinpumpen und so weiter. Und ja, deswegen wäre eigentlich abschließend meine Position dabei, dass man kann das so sehen. Ich sehe das aber nach meinem Wissensstand keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form gerecht oder einfach nur sinnvoll zu gestalten. Also den Ausgleich zwischen Arm und Reich dann an der Stelle. Ja, es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Ich hatte ja gerade das Argument gebracht, dass wenn die Reichen immer mehr Vermögen ansammeln, wenn sich also immer mehr Eigentum in den Händen weniger sammelt, dann steigt auch automatisch deren ökonomische Macht. Das wäre dann wieder die Frage, wer sind denn die Reichen? Das ist wieder die Makrobetrachtung. Die Reichen, das ist schon ein gewisser Pool, aber der ist ja durchlässig. Also wenn man sich jetzt eben die Hälfte, wer sich nicht vor 20 Jahren anguckt, waren andere Menschen auf den ersten Plätzen, als es heute so sind. Das ist ja nicht festgesetzt. Man kann auch, wenn man viel Geld hat, auch wenn man hohe Kapitaleinkünfte hat, kann man ja auch falsche Entscheidungen treffen und entsprechend wieder auf einen niedrigen Stand kommen. Also ich finde es nicht entscheidend zu gucken, wer hat jetzt sozusagen die größten, also wo verteilt sich der Wohlstand, sondern wie durchlässig ist das am Ende und wie lange ist dann wirklich jemand einzeln an der Spitze. Und da würde ich schon sagen, dass man historisch aussehen kann, dass das eben vor allen Dingen diese, die sich irgendwie auch im Umfeld und in der Nähe des Staates bewegen und dadurch eben besonders begünstigt werden durch entsprechende Kredite oder Kaufoptionen, was auch immer. Ja, da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei Piketty. Piketty hat ja in seinem Buch Das Kapital im 21. Jahrhundert belegt, dass Erbschaften eben immer wichtiger für die Vermögensbildung werden, dass das nach dem Zweiten Weltkrieg, wo extrem viel Kapital zerstört war, minimal war und also Erbschaften waren dann minimal für die Vermögensbildung und dass die in den letzten Jahrzehnten vor allem ab den 80er Jahren immer bedeutender geworden sind und in Zukunft wahrscheinlich auch noch bedeutender werden. Ja, also das Problem ist, ich habe Piketty nur über Sukkader-Quellen gelesen, deswegen kann ich jetzt nicht genau sagen, also es gibt natürlich immer die und die Meinungen und dass er relativ selektive oder dass er zum Teil selektive Daten genommen hat, um seine These zu beweisen, aber das hält für eine faire Debatte jetzt keinen Stand, weil ich kenne sein Buch nicht im Original. Wie gesagt, ich habe mir jetzt vorher vor dem Gespräch auch nichts rausgesucht, aber die Statistiken sind schon ziemlich eindeutig, also muss ja nicht nur auf Piketty gehen, dass seit den 80er Jahren Erbschaften schon enorm an Gewicht gewonnen haben, grundsätzlich. Also das ist ja kein Selbstarbeitungsvermögen, das ist ja etwas, was du von deinen Eltern erbst und das wird langfristig dazu führen, dass die Durchlässigkeit auch geringer werden wird. Also das ist ein Prozess, den sehen wir gerade und der bremst sich ja nicht ab, der läuft immer weiter. Also da fehlen mir jetzt konkrete Beispiele. Also prinzipiell, also wenn wir zum Thema Erbschaft nochmal was sagen, ist das Ding auch wieder, gerade wenn ich das libertär betrachte, es ist ja sozusagen der letzte Wille des Verstorbenen, also was mit seiner Hinterlassenschaft passiert. Und da finde ich es unredlich, da sozusagen steuernd einzugreifen, weil man es irgendwie besser weiß. Also es gibt sicherlich genug. Ich weiß nicht, sonst komme ich hier zu weit von ab. Ja, wie gesagt, ich würde es gar nicht moralisch fassen im Sinne von, der weiß es jetzt besser oder es ist unredlich, sondern ich würde einfach sagen, wenn sich das Geld von Generation zu Generation immer weiter vererbt wird, dann sammelt sich da ja immer mehr an. Also dann steigt... In welchem konkreten Beispiel ist das so und was ist daran dann problematisch? Also in welchem konkreten Beispiel das so ist? Ja, also ich verstehe, dass man das sieht, da sammelt sich Kapital an, aber wo liegt das Problem am Ende? Also es ist ja, wie schon gesagt, wenn das eben vorher entsprechend arbeitet wurde und immer Generation weitergegeben wird und es auch etwas Produktives ist, eine Firma oder was auch immer, die Angestellte hat und so weiter, dann sehe ich da erst mal kein Problem. Also in Deutschland sind viele Wirtschaftsbereiche in den Händen weniger Familien. Guck dir die deutsche Medienbranche an. Da hast du wenige große Medienkonzerne, wie beispielsweise Springer, die in der Hand weniger Personen sind, beziehungsweise bei Springer, da ist das noch ein bisschen komplizierter, da ist ja so ein amerikanischer Fonds neuerdings noch mit dabei und da hast du eben extrem viel Macht über die öffentliche Meinung. Also bei der Medienbranche, da ist das relativ offensichtlich, die in der Hand von wenigen Leuten liegt. Und die Macht verschwindet, wenn die dann weniger von dem Unternehmen besitzen? Die verschwindet nicht, aber sie wird kleiner. Wodurch? Also sie haben ja immer noch das gleiche Medium, sie können immer noch letztlich mehr oder minder die gleichen Entscheidungen treffen. Wodurch wird das dann weniger? Die Macht wird kleiner entsprechend der Besteuerung. Also es kommt natürlich darauf an, wie hoch man die Steuern einsetzt. Ich würde sagen, bei großen Vermögen, die sich im Milliardenbereich liegt, da braucht man vor allem bei der Erbschaft sehr hohe Steuersätze. Da bräuchten wir meiner Meinung nach auch eine einmalige Vermögensabgabe, um diese ungleiche Verteilung, die wir da haben, wieder etwas zu korrigieren. Naja, mein Punkt ist ja, dass die Macht vom Springer, der liegt ja nicht in, also sicherlich ist das auch ein Teil der Macht, wenn man Vermögen hat, aber der liegt ja einfach in der Struktur, in den Outlets, die sie haben. Also wenn jetzt eben Welt oder Bild oder was weiterhin existiert, also normal so, wie es jetzt auch existiert, und die eben ihre Beiträge bringen, dann hat sich die Macht, also ich sehe das nicht, wo jetzt dann entsprechend weniger Macht sein soll, nur weil jetzt irgendwo irgendwelche Vermögenswerte neue Eigentümer finden. Das ist natürlich ein langfristiger Prozess, aber aktuell hast du es ja, wie gesagt, nehmen wir jetzt mal Springer als Beispiel, das hatten wir gerade angeführt. Du hast den amerikanischen Fonds KKR, der hat sich da eingekauft, und du hast Matthias Döpfner, das sind die zwei größten Aktionäre, die haben da mehr oder weniger die Macht. Und wenn Matthias Döpfner jetzt die Aktien, die er geschenkt bekommen hat von Friede Springer, wenn er die jetzt hoch hätte versteuern müssen, dann wäre sein Anteil in Springer deutlich geringer. Das heißt, dann wäre ein größerer Anteil von Springer ein Streubesitz. Das heißt, er hätte nicht mehr so viel Macht, sondern die Macht läge in der Hand von mehr Aktionären. Ja, also jetzt wäre die Frage, inwiefern das dann, ja, also womit will man das, man will es jetzt wieder damit begründen, weil er hat die Macht, okay. Tue ich mich schwer mit, weil das ist für mich schon eben auch wieder so eine Willkür, die man letztlich dem Staat übergibt, und ich vertraue dem Staat nicht. Mag sein, ich mag Springer nicht, deswegen ist es mir wurscht, wenn die weniger Macht haben, aber er hat dann ein Tool in der Hand, mit der er ja dann auch, sagen wir mal, die Nachdenkseite vielleicht stutzen kann. Also das ist ja, es ist ja immer ein Tool letztlich, dass das nicht in unserer Kontrolle ist, auch wenn wir jetzt glauben und das irgendwie schön ausschmücken, um irgendwelche Machtstofftoren zu zerstören, hat ja eigentlich die größte Machtstofftoren dadurch gewonnen. Also der Staat. Der Staat ist ja kein monolithischer Block, es kommt darauf an, welche Leute dort an welchen Stellen sitzen. Ja, und das ist das, was ich auch meine, wenn man das eben konkret machen muss, also wo sitzt die Macht? Also ich sehe eben da nicht, wenn man da jetzt eingreift, dass die Macht von dem Konzern an sich gebrochen wird, und natürlich könnte man jetzt sagen, dann hat vielleicht der Döpfner weniger Interesse daran, so ein Unternehmen zu betreiben, weil er nicht mehr so viel rausholen kann, aber ich sehe nicht, wo das dann letztlich dem Anliegen dient, ja, die Macht von solchen Konzernarten zu zersprengen. Ja, was heißt zu zersprengen? Also wenn du zu zersprengen wolltest, dann müsstest du es enteignen. Also das sind jetzt hier gerade sehr vorsichtige Vorschläge, die grundsätzlich diese Machtkonzentration hin zu immer weniger Personen, wie gesagt, solange die Kapitalredite über dem Wirtschaftswachstum liegt, dann steigt die Ungleichheit. Das heißt, um diesen Prozess zu stoppen erst mal. Ja, also prinzipiell, ich meine, ich habe das ja auch an, ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier schon gesagt hat, oder im Vorgespräch, es geht der Liberalen letztlich darum, irgendwo die Macht zu begrenzen, und deswegen finde ich das auch an sich nicht so schlimm, wenn ich das jetzt höre, weil natürlich, Machtkonzentrationen sind nicht nur in staatlichen Strukturen ein Problem, sondern natürlich auch in Großkonzernen und Ähnliches. Also ich bin kein Freund von Google oder Alphabet oder Microsoft, was auch immer. Aber ich schaue mir eben den Prozess an oder die Struktur, wie wir das dann erreichen und wer darüber dann letztlich die Macht hat. Und natürlich, ich habe jetzt stark gesagt, das sind letztlich immer irgendwo sprachliche Vereinfachungen, wie das dann ausgestaltet ist, ist entscheidend. Und dann kann das durchaus meine Zustimmung haben. Aber so im Allgemeinen nur zu sagen, es gibt bestimmte Player, die sind mächtig, weil sie Kapital haben. Und wenn wir jetzt als Staat rangehen und denen irgendwelche Steuern aufbauen, dass sich diese Macht relativ auf längere Sicht bricht, ist mir zu dünn und zu ungenau, zu willkürlich. Ja, wie gesagt, das ist nur ein Problem, was ich mit steigender Ungleichheit habe. Ein anderes Problem ist, dass das schlecht für die Wirtschaft ist. Also es sorgt dafür, dass das Wirtschaftswachstum langfristig geringer ausfällt, wenn diejenigen mit einer geringen Konsumquote ja immer mehr Vermögen akkumulieren, immer höheres Einkommen haben. Und diejenigen mit einer geringen Konsumquote, das Einkommen von denen überhaupt nicht steigt, so wie wir es in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Die Einkommen der ärmeren 20 Prozent in der deutschen Bevölkerung sind so gut wie überhaupt nicht gestiegen, obwohl wir in der Zeit ein ordentliches Wirtschaftswachstum haben. Währenddessen sind die Gewinne großer deutscher Unternehmen deutlich gestiegen. Ja, also da sind, würde ich sagen, vor allem Gewerkschaften in der Pflicht. Also auch da bin ich kein Gegner. Ich bin selber lange Jahre in Verdi auch aktiv gewesen. Mittlerweile auch schnell ausgetreten, weil Verdi viele Dinge macht, die nichts mit Gewerkschaftsarbeit zu tun haben. Aber ja, natürlich. Also letztlich sind das immer wieder streitende Interessen und die müssen sich ausgleichen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und die kann man natürlich auch überarbeiten. Also ich sage gar nicht, dass das Streikrecht oder auch das Tarifrecht, so wie es ist, sinnvoll ist oder nicht irgendwie überholt werden kann. Aber wie gesagt, ich sehe, das ist keine Aufgabe, die der Staat gut machen kann oder überhaupt machen sollte. Also ich denke, da sind, wie gesagt, so paritätische Verbände in Gewerkschaften, Arbeitnehmerbewegungen etc. eher in der Pflicht, was zu verändern und zu reißen. Aber der Staat nimmt da ja enormen Einfluss drauf. Also je höher... Nö, natürlich. Das ist ja das Problem. ...eber du beispielsweise Sozialleistungen ansetzt, desto stärker ist die Verhandlungsmacht von Gewerkschaften. Wenn man was? Je höher du Sozialleistungen ansetzt, jetzt allgemein Sozialleistungen. Wir können uns das dann natürlich in Detail angucken, welche Sozialleistungen. Aber je höher die sind, desto höher ist der Reservationslohn. Das heißt, je stärker ist die Verhandlungsmacht des individuellen Arbeitnehmers, aber auch von Gewerkschaften. Weil er eine bessere Basis hat, wenn er sich zurückzieht, arbeitslos zu sein? Oder wie ist das gemeint? Ja. Reservationslohn ist der Lohn, wo ein Arbeitnehmer indifferenz zwischen Aufnahme einer Arbeit und Arbeitslosigkeit ist. Der ist höher, wenn die Sozialleistung höher ist. Das heißt, wenn du, keine Ahnung, jetzt, ich mache mal ein verrücktes Beispiel, 1.500 Euro Grundeinkommen hast, dann hast du wahrscheinlich weniger Angst vor Arbeitslosigkeit, als wenn du jetzt 500 Euro Bürgergeld bekommst. Ja, das ist schon klar. Aber wie gesagt, es verschiebt für mich vollständig die Prozesse für mich, für eine gesunde Gesellschaft, hin zu einem staatlichen, wohlstaatlichen System und weg von den einzelnen Individuen. Also ich finde es sinnvoller, wenn eben das entweder in individuellen Arbeitsverträgen die Arbeitnehmer selber aushandeln oder eben über Gewerkschaften und so weiter. Und da kann man dann darüber reden, ob die Prozesse, so wie sie sind, gerecht sind. Aber jetzt sozusagen über mehr Sozialtransfers eine Basis zu schaffen, auf der man jetzt eher sagen kann, wir haben eine, also falls wir Glück erfolgt werden würden, haben wir einen Rückzug. Nee, nee, bin ich nicht dabei. Also weil das viele andere Dinge auch noch impliziert. Es ist ein Instrument, über das der Staat Einfluss nimmt. Also der Staat nimmt auch Einfluss über das Steuersystem oder über die Zinspolitik der Notenbanken. Also wenn der Staat die Zinsen die ganze Zeit, also der Staat, alle Staaten der Eurozone, in der EZB-Direktorium sitzt, wenn die die Zinsendauer bei Null lassen würden, da fixieren würden, dann wäre die Arbeitslosigkeit deutlich geringer, weil die Unternehmen dann planbarere Investitionsbedingungen hätten, die Investitionen steigen würden und die Arbeitslosigkeit sinken würde. Das heißt, so könnte der Staat auch noch für eine geringere Arbeitslosigkeit sorgen. Ja, da hängt wieder so vieles dran und das ist eben diese Allwissenheit, die man letztlich diesen staatlichen Institutionen unterschiebt. Mir ist schon klar, dass es für verschiedene Sparten, verschiedene Ministerien und wissenschaftliche Bearbeiter und so weiter gibt, die das theoretisch, also die haben Zahlen drauf, aber auch das ist wieder so eine, eine für mich von der echten Wirtschaft ferne Makroökonomik, die man da aufsetzt, um dann entsprechende Entscheidungen zu fällen und ja, das lässt sich nicht überblicken, wie das am Ende sich dann auswirkt im gesamtwirtschaftlichen Kontext. Und deswegen, also für mich ist es entscheidend, dass man eher auf die Einzelplayer die Macht gibt und nicht über solch große Steuerungsversuche meint, was Gutes zu schaffen. Also für mich ist auch die Historie nicht nachvollziehbar, dass man glaubt, dass das funktioniert. Also wenn ich mir jetzt einfach die Entwicklungen von Sozialleistungen anschaue, dann sind die ja nicht im Sinken. Ich meine, ich weiß nicht, wie es am Ende ist, was man in der Tasche hat, aber die Ausgaben, mindestens nominal, sind ja jedes Jahr am Steigen, also vom Staatshaushalt in dem Bereich Soziales und Arbeit. Das Rentenniveau, das ist seit den 80er Jahren deutlich im Sinken begriffen. Das Niveau des Bachvolksersatzes ist real. Also jetzt nicht niveautechnische Verhältnisse zum Löhnen, sondern real. Seit Einführungen in den 70er Jahren im Sinken begriffen. Also wir sehen keine große Ausweitung der Sozialleistung. Was wir sehen, ist ein demografischer Wandel, also dass es immer mehr alte Leute gibt, die beispielsweise Renten beziehen, was dafür sorgt, dass der Anteil an Sozialleistungen, am Bruttoinlandsprodukt in den letzten Jahrzehnten nicht zurückgegangen ist, obwohl das Niveau bei einigen Sozialleistungen abgesenkt wurde. Und was wir sehen, ist, dass, wie gesagt, die Löhne ab den 80er Jahren einen deutlichen Knick machen und nicht mehr entsprechend den Produktivitätsfortschritten mitsteigen. Ja, also meine Antwort von Anfang, da sehe ich Gewerkschaften und Arbeitnehmer entsprechend in der Verantwortung. Der Arbeitgeber auch. Also es ist schon klar, dass ein Arbeitgeber, bei dem es gut läuft, der kann natürlich auch freiwillig seinen Leuten mehr zahlen. Wenn ich jetzt gerade auch an meinen denke, wir haben beispielsweise auch schon vorab eine Tariferhöhung bekommen, weil ich bin nun mal im Bereich Verdi, die Verhandlungen sich einfach so lange hinziehen und mein Arbeitgeber gesagt hat, die Leute brauchen jetzt Geld, wir müssen jetzt handeln und wir haben jetzt schon mehr bekommen, solange wie die Verhandlungen sich einfach eben ziehen. Was wir nicht hätte machen müssen. Natürlich, das ist jetzt ein Einzelbeispiel, aber das ist eben das, ich kann mit Makroökonomik nicht viel anfangen, weil sie für mich nichts aussagt in der Realität, also weil ein Unternehmen kann eben nominal gute Gewinne fahren, aber weiß eben, dass irgendwelche Maschinen abgeschrieben werden in Zukunft und ein bisschen neuer gesetzt werden, deswegen muss man was ansparen, etc. Und deswegen ist es zu einfach zu sagen, okay, die konsumieren jetzt gerade nicht genug, die sparen und das ist ja jetzt schlecht, weil es sind keine Stimulanzen mehr für die restliche Wirtschaft da, aber das hat ja Gründe, warum das einzelne Unternehmen machen und sich eben da jetzt einfach drüber zu stellen, zu sagen, ja, gesamt betrachtet ist das jetzt schlecht und deswegen hauen wir da jetzt irgendwelche Programme rein. Ich glaube nicht, dass das zielführend ist und ich glaube auch, dass es das Problem verschärfen wird. Das hat ja auch gesamtwirtschaftliche Gründe, dass die Unternehmen zu wenig investieren. Also was würdest du sagen, warum sind die Unternehmen aktuell in Deutschland Nettosparer und waren es vor, ja, vor vier Jahrzehnten noch nicht? Ist keine Frage, mit der ich mich näher gehen und wie beschäftigt habe. Kann ich, kann ich schwer sagen. Also was heißt auch jetzt Nettosparer? Das ist wieder Finanzierungsseite positiv. Weil sie weniger Kosten haben oder? Finanzierungsseite positiv. Sie sparen mehr Geld, als sie, also sie, ja, sie haben mehr Einnahmen als Ausgaben. Das heißt erstmal Nettosparer. Ja, also habe ich mich nicht ausgültig mit beschäftigt, deswegen kann ich das nicht allgemeingültig sagen und deswegen, ich finde, wie gesagt, man müsste auf den Einzelfall gucken, inwiefern man da vielleicht irgendwelche Risikoabwägungen oder also einfach Methoden gefunden hat, wo man einfach weniger Kosten hat, weil Maschinen effizienter laufen, etc. Also es gibt ja, deswegen finde ich es mal einfacher, wenn man wirklich einen Betrieb hat, wo man dann sagen kann, das sind die Betriebskosten und das hat sich jetzt so und so entwickelt. Also wenn jetzt sowas wie Amazon oder was mit ihrer Lagerstruktur sich so ausgeweitet hat, dass sich da eben Synergieeffekte ergeben, weil man ja eben auch irgendwie eine Postdienstleistung mit anbieten kann, etc. Dann, ich sage ziemlich viel, etc. Dann sinken mitunter die Kosten und dann steigen die Gewinne. Das ist relativ normal. Ich meine, das ist ja auch an sich der Antrieb, warum man überhaupt eine Unternehmung macht. Man möchte ja das Eigenkapital steigen, steigern und einfach einen effizienten Betrieb auf die Beine stellen. Deswegen, wie gesagt, nicht meine Betrachtungsweise. Warum sind die jetzt Netto-Sparer? Sie werden Gründe haben und die sind wahrscheinlich legitim. Das ist ja deren Unternehmen und mir hilft das nicht weiter, wenn ich da jetzt sage, okay, das ist aber schlecht für die Restwirtschaft. Man könnte das ja auch umdrehen. Also quasi wäre jetzt dein Punkt, dass alle Kosten gut sind, also mir ist das bekannt, wenn man jetzt sagt, okay, die Kosten sind letztlich die Einkünfte des anderen, dann könnte man zu absurden Ideen kommen, dass es ja beispielsweise gut wäre, wenn es mehr Schäden gäbe bei Maschinen, weil es das bevorsacht der Kosten und das sind wieder Einnahmen für anderen, aber das ist es ja nicht. Also ich meine, das wäre ja absurd, wenn wir dann da, hinzugehen, dass wir einfach intakte Maschinen reparieren, weil es ein Einkommen für einen anders bedeutet. Ja, da sind wir jetzt schon beim Thema der sparenden Unternehmen jetzt mal unabhängig, wie das zustande gekommen ist. Ich habe da natürlich auch keine abschließende Antwort. Das ist eine Frage, an der, ja, überlegen ganz viele Ökonomen aktuell, warum das so gekommen ist, aber die Frage, wie gehen wir mit dieser Situation um? Das ist ja etwas, was wir in ganz vielen Industrieländern so haben. Das ist ja nicht nur in Deutschland der Fall. das ist in den westlichen Industriestaaten globales Phänomen. Was sollte der Staat da jetzt tun? Sollte der Staat da jetzt, ja, Schulden machen, durchgängig, also durchgängig negativen Finanzierungsseite aufweisen, oder würdest du sagen, nein, der Staat sollte, ja, der Staat sollte da was anderes machen? Das heißt ja wieder, also jetzt wäre meine Frage, was heißt das denn, der Staat soll Schulden machen? Erstmal Schulden machen, wofür, darüber können wir danach reden, aber erst mal. Ja, so funktioniert das nicht, also zumindest nicht aus meiner Perspektive. Schulden an sich sind für mich nichts Positives. Also es kommt mir darauf an, wo die Schulden oder wo das dann reingeht, also wenn es wirklich eine Investition ist, in etwas, das Bestand hat, also beispielsweise Infrastruktur, da wäre ich wahrscheinlich der Letzte, der da jetzt gegen ist. Das kommt natürlich dann auch wieder auf die konkrete Infrastruktur an, also beispielsweise sind die Flüssiggasterminals, die wir gebaut haben, wenig sinnvoll in Anbetracht der Alternativen, die es gibt, aber ich bin jetzt kein prinzipieller Gegner, dass man jetzt keine Schulden machen kann, wenn es nicht auch ein sinnvolles Projekt gibt. Aber jetzt einfach zu sagen, ich weiß nicht, Volkswagen gibt weniger Geld aus für seine Fließbänder, weil die eben auch momentan, ich habe das ja in Hannover mitbekommen, dass da einige nach Südamerika gegangen sind, aufgrund der E-Mobilität und man braucht eben auch, oder man verkauft ja noch ganz gut Verbrenner, also hat man einige Fließbänder runtergeschickt. Ja, also das eine bedingt das andere, deswegen sind die jetzt nicht unbedingt netto Sparer, aber das ist einfach ein Punkt, VW kennt sein Geschäftsfeld und handelt entsprechend und ich finde es jetzt nicht sinnvoll, dass man sagt, okay, weil jetzt irgendwie der Bänder weggeschickt wurden und jetzt fehlen Kosten von VW und jetzt macht der Staat irgendein Projekt, gibt VW damit dann irgendwelches Geld, dass wieder andere Sachen angestoßen werden. Nein, also wie gesagt, das ist für mich, ist das einfach das originäre Geschäft der Unternehmen, die wissen, was sie brauchen und machen können und ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, wenn der Staat damit mischt, weil er hat ja auch zuvor schon genug Situationen geschaffen, die einfach eine Situation bringen, die nicht gut ist. Wir haben ja jedes Jahr eine wirtschaftliche Produktion, das Bruttoinlandsprodukt und alle vier Sektoren haben Ausgaben für BIP-relevante Güter und wenn im nächsten Jahr alle vier Sektoren zusammen wieder weniger Geld ausgeben, dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt, dann schrumpft unser gesamtes volkswirtschaftliches Einkommen damit. Da muss doch der Staat sagen, ich verhindere diese Schrumpfung, ich sorge dafür, dass die Wirtschaft dauerhaft wächst oder siehst du das anders? Wie gesagt, das ist eben die Frage, warum schrumpft es? Ich habe das ja gerade jetzt angerissen, beispielsweise mit Volkswagen, also für mich fehlt es einfach mal an konkreten Beispielen, wenn wir eine meiner Meinung nach sehr illusionierte Politik verfolgen mit E-Mobilität und gerade wenn man einfach sieht, was Deutschland letztlich als größten Wirtschaftsbereich mit hat, also die Automobilindustrie, dann ist das ja nicht verwunderlich, dass aufgrund dessen einfach die wirtschaftliche Leistung sinkt. Also wenn wir nur noch Karosseriebauer sind und keine Motoren mehr herstellen können oder zumindest in einem wesentlich geringeren Umfang, ja, dann haben wir das Problem. Aber ich sehe jetzt nicht den Staat als kreativen Unternehmer, der sich jetzt überlegt, okay, weil wir das jetzt hervorgerufen haben und da einfach Wohlstand fehlt. Um konkrete Sachen geht es mir gerade nicht. Es geht mir einfach um diese grundsätzliche Frage, wofür das Geld dann ausgegeben wird oder wir können davon auch die Steuern senken. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, sollte der Staat einen negativen Finanzierungssaal dort einer Meinung nach haben, jetzt wenn die Unternehmen Nettosparer sind? Nicht prinzipiell, nein. Wer soll sich dann verschulden? Es muss sich keiner deswegen verschulden. Doch, dann sinken nämlich die Ausgaben und dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Also dann schrumpft das Bruttoinlandsprodukt. Das ist ja schlecht. Das will ja keiner. Ja, das mag schlecht sein, aber das sind letztlich Anpassungsprozesse. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass es ein Nulllevel gibt oder ein Niveau, das einfach irgendwie gottgegeben bleiben muss. Also wenn das entsprechende... Es sollte wachsen möglichst. Bitte? Es sollte möglichst von Jahr zu Jahr wachsen. Ich denke, das wäre auch die natürliche Folge, wenn Menschen einfach der eigenen Kreativität und der eigenen Schaffungsmöglichkeit folgen können. Das Problem, ich hatte es eben einfach angesprochen, ist einfach, dass für mich der Staat da zu viel reinpfuscht und Handlungsoptionen ausschlägt und man dadurch eben häufig auch anders an seine Geschäfte macht. Und dann sinkt natürlich, ja, dann sinkt der Wohlstand. Und das ist das eigentliche Problem. Ich denke nicht, dass wir... Ich sehe nicht, dass das in irgendeiner Form sinnvoll sei, den Staat zu animieren, jetzt Schulden zu machen und dann das Geld letztlich zu verprassen. Also das wäre für mich... Es kommt eben wieder auf das konkrete Beispiel an. Also ist es dann eine Sache, die... Wie gesagt, für das Geld ausgegeben wird, das können wir danach reden. Erstmal negativer Finanzierungssaldo, ja oder nein? Es gibt ja beispielsweise, das ist ja gerade die konkrete Diskussion mit der Schuldenbremse. Brauchen wir die Schuldenbremse? Das ist... Auch da müsste ich jetzt mich viel, viel tiefer mit der Schuldenbremse befassen, wie sie juristisch ausprobiert ist und was sie genau bedeutet. Natürlich ist es absurd, also es würde sich kein Unternehmen aufbürden, einfach ein Verbot von Schulden. Nein, also Schulden sind nicht per se schlecht. Es gibt viele Möglichkeiten, wo man durchaus eine gewisse kurzfristige Finanzierung benötigen kann und natürlich... Ja, es ist seltsam, dass man sich da selber beschnitten hat und deswegen bin ich mir auch nicht sicher, inwiefern diese Schuldenbremse tatsächlich das ist, was sie verspricht. Also es erscheint mir gegen Interessen des Staates zu sein, so ein Gesetz überhaupt dahin zu implementieren, zu haben, wo es ist. Also für mich erscheint das eher so als, dass da... Ich meine, das kommt ja wahrscheinlich von der CDU, das ist ja unter Merkel, glaube ich... CDU und SPD, ja. Also es erscheint ein wenig, um sozusagen politische Alternativen zu verunmöglichen. Also wenn man vielleicht denkt, die CDU ist ja sozusagen schwarze Null und so weiter, das ist ihre Politik und wenn man das jetzt ins Grundgesetz schreibt, dann haben zukünftige SPD-geführte Regierungen vielleicht größere Probleme, ihre Politikversprechen einzulösen. Also dass das so eine Art Machtüberlegung war, das einzubauen. Aber nein, also ich halte davon jetzt prinzipiell erstmal nichts, also zumindest nicht in der Absolutheit, wie ich die Schuldenbremse verstehe. Aber ich weiß nicht, ob es auch welche juristischen Kniffe gibt. Wie gesagt, ich will da jetzt nicht, ich habe jetzt eher nach einem grundsätzlich negativen Finanzierungsseite gefragt, weil wir uns da wirklich, also das ist ziemlich absurd formuliert. Ich bin jetzt auch kein Jurist, aber was da drin steht, ist, dass die in einer außergewöhnlichen Notlage ausgesetzt werden kann. Was eine außergewöhnliche Notlage ist, das weiß niemand, das wird darin auch nicht, ja, es wird darin auch nicht begründet, also die Bundesregierung könnte sagen, wenn der Bundeskanzler eine Augenklappe trägt, ist das eine außergewöhnliche Notlage, also ich finde es schon hochproblematisch, sowas überhaupt in eine Verfassung reinzuschreiben, ohne genau zu definieren, was man damit meint, jetzt mal unabhängig davon, ob man sie für sinnvoll erachtet oder nicht. Deswegen wollte ich da jetzt gar nicht so sehr auf dieses konkrete Gesetz zu sprechen kommen, sondern nur über diese grundsätzliche Frage, sind dauerhafte Finanzierungsdefizite in dieser Situation, wo die Unternehmen gerade sparen, sinnvoll? Nein, also wie gesagt, pauschal bin ich nicht dabei. Für mich ist es dann eben wirklich wichtig zu reden, was bedeutet das, was bedeutet das, wenn der Staat dieses Negativsaldo irgendwie auffüllen möchte. Einfach, dass er pauschal sozusagen einen Freifahrtsschein bekommt, nein. Könnte die Renten erhöhen beispielsweise, also das wäre was, wo die Altersarmut sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen, da könnte man durch eine Erhöhung des Rentenniveaus eingrenzen. Habe ich erstmal nichts gegen, kommt wieder darauf an, wo man die Renten erhöht, also da wäre ich auch auf jeden Fall die unteren Level, also das muss nicht, wenn jemand eine sichere Rente hat, ich sage mal sowas um die 2000 Euro, da auf keinen Fall, aber alles drunter, ja, also das wäre da auch wieder die Ausgestaltungsfrage, aber prinzipiell wären Rentenerhöhungen für mich jetzt weniger ein Problem. Natürlich auch da wieder, ich weiß nicht, wie die Kassen gestaltet sind, wie das Umlagersystem sich aktuell hält, man hört es immer wieder, aber das als grundsätzliche Sache ist es in Ordnung, ja. Also das Umlagersystem, das sollte man wahrscheinlich dazu sagen, das wird aktuell mit rund 100 Milliarden Euro im Jahr aus dem Bundeshaushalt noch bezuschusst und da würde aus meiner Sicht nichts dagegen sprechen, diese Subvention deutlich in die Höhe zu schrauben, um halt das Rentenniveau zu erhöhen. Wir können auch die Grundsicherung im Alter deutlich erhöhen, das wären ja dann die unteren Level, die du gerade angesprochen hast, also ja, oder man könnte auch die Steuern senken, beispielsweise die Mehrwertsteuer auf den Minimalsatz, der aktuell möglich ist, also 10% sind das aktuell, das könnte man auch machen. Ja, also bei Steuersenkung bin ich sowieso dabei, das ist klar. Okay, dann, also ich glaube, da kommen wir mal zu einer grundsätzlichen Frage, warum hältst du Makroökonomik nicht für ein geeignetes Instrument, um zu sagen, was der Staat machen soll oder nicht machen soll? Nee, das ist ja so mehr oder minder auch dieser Widerstreit, ich hatte es noch gar nicht weiter, das spielt jetzt glaube ich keine Rolle, zwischen Hayek und Keynes, ich komme ja nur mal aus dem Hayek-Umfeld und bei Hayek ist es eben auch so, dass er sich auf konkrete, wenn überhaupt eben auf konkrete Beispiele bezieht und die Makroökonomik komplett ausschlägt, mehr oder minder von Keynes, weil sie, ja, wie soll man, das ist möglichst einfach ausdrücken. Also für mich ist es so eine Art, man drückt auf Pause und guckt sich alle Posten an und dann abstrahiert man davon irgendwelche Möglichkeiten des Eingreifens. Aber das geht in der Realität nicht. In der Realität haben wir keine Pause und dann können wir nicht gucken, kommen wir jetzt in einen Handelsbilanzüberschuss oder nicht. Also wenn jetzt beispielsweise VW eben ein Deal aus China bekommt, irgendwie 100.000 Fahrzeuge zu liefern und die machen dann da, weiß ich nicht, 50 Millionen Geschäft oder was, dann sagen die auch nicht, wir gucken erstmal, ob wir einen entsprechenden Handelsüberschuss überhaupt können, machen können. Nee, die machen einfach den Deal und dann läuft die Wirtschaft weiter. Das ist einfach sozusagen, ja, der Versuch, das irgendwie mathematisch sinnvoll erscheinen zu lassen. Also so entwickelt sich die Wirtschaft und wenn wir das und das vielleicht verändern, dann können wir was machen. Aber das ist nicht das, was ich, auch wenn ich selber arbeite, in Unternehmungen in der echten Arbeitswelt sehe. Ja, aber du kannst ja schon grundsätzliche Zusammenhänge beschreiben. Wenn in Deutschland die Löhne zehn Jahre lang überhaupt nicht steigen, also durchschnittlich überhaupt nicht steigen, in Frankreich sie aber jedes Jahr um gut ein bis zwei Prozent steigen im gleichen Zeitraum, dann haben deutsche Unternehmen nach zehn Jahren einen deutlichen Wettbewerbsvorteil gegenüber französischen. Das heißt, VW wird diesen Auftrag aus China viel eher bekommen als ein französischer Autobauer. Sowas kannst du ja schon beschreiben. Ja, klar, das kann man, das kann man beschreiben, aber daraus lässt sich wenig ableiten oder, also zumindest auf staatlicher Seite, dass wir jetzt eben sagen, also wir hatten das ja eben auch schon mit dem Lohnniveau, also für mich ist es dann eben ein Versagen am Ende von Gewerkschaften, wenn dem so ist. Ich meine, die haben letztlich auch bestimmte Möglichkeiten an Zahlen zu kommen, um das abzugleichen, ob dem so ist oder welche Gründe dahinter stecken. Die sind ja auch daran interessiert, dass es nicht einfach sinnlos Gehaltserhöhungen gibt, wenn es irgendwelche sind, also wichtigen Rückstellungsposten gibt, die irgendwie elementar sind, um die Arbeitsplätze zu erhalten, aber ja, also für mich ist das eben kein Metier, in dem der Staat groß zu suchen hat. Also das sind dann eben einfach andere Verbände, die oder andere Player, die da einfach keine gute Arbeit geleistet haben. Ja, was heißt keine gute Arbeit? Wir haben da makroökonomische Ungleichgewichte. Deutschland macht dann hohe Leistungsbilanzüberschüsse und die Länder in Südeuropa, die machen, wenn die Eurozone als Ganzes eine ausgeglichene Leistungsbilanz hat, Leistungsbilanz ein Defizit. Das heißt, die Schulden in Südeuropa, die wachsen dann immer stärker und das deutsche Nettovermögen wächst auf der anderen Seite auch immer stärker. Das heißt, wir haben dann irgendwann eine Situation, wo diese Schulden nicht mehr zurückgezahlt werden können und wir eine Euro-Krise beispielsweise erleben. Also das ist ja schon etwas, wo der deutsche Staat eine andere Lohnpolitik hätte machen müssen, wenn er das hätte verhindern wollen. Ja, das ist ja das allgemeine Problem, inwiefern der Euro überhaupt eine gute Idee war, wenn man so wirtschaftlich unterschiedliche Staaten hat oder einfach die Konstruktion. War keine sinnvolle Idee, also ohne vernünftige Regeln. Das kann man, glaube ich, schon mal festhalten, aber nun haben wir nun mal diese Situation und da ist jetzt die Frage, welche Lohnpolitik sollten Staaten machen und wenn man in der Währungsunion ist, dann muss man sich diese Frage stellen, weil man sonst eben, ja, weil man sonst eben solche Ungleichgewichte bekommt. Ja, also das sollten sich die Staaten dann entsprechend selber fragen. Also wenn letztlich die Peripherstaaten da sich in Probleme bringen, dann steht es dann ja frei zu gehen. Also das wäre ja, also wieso sollten wir jetzt darauf reagieren, um diesen Bund zu erhalten, wenn das am Ende keinen keinen Nutzen bringt. Würde ich in Italien leben, ich wäre für einen Euroaustritt. Aber ja, nun mal führen wir diese Debatte hier in Deutschland und da ist jetzt die Frage, wie geht Deutschland mit dieser Eurozone, die nun mal real existiert. Italien, Griechenland haben sich dazu entschieden, Eurozone zu bleiben. Wahrscheinlich auch aus Sorge vor den wirtschaftlichen Konsequenzen plötzlich außerhalb dessen alleine existieren zu müssen. Ich meine, die Eurozone, die wurde ja mit einem Grund gegründet, nämlich die ganzen südeuropäischen Staaten haben ihre Währung vorher an die D-Mark angebunden. Also jetzt nicht fester Wechselkurs, aber sie haben sich durch verschiedene Wechselkurssysteme, beispielsweise durch ein EQ, mehr oder weniger an die D-Mark angebunden und die Wechselkurse immer mal wieder angepasst. Also die Inflation in Italien war höher, aber man hat sich immer an der D-Mark orientiert. Da hat man gesagt, okay, wenn wir uns eh das machen, was die Deutsche Bundesbank macht und da eh hinterher hin müssen, dann können wir ja gleich eine gemeinsame Währung machen. Das war der Hintergedanke. Man hat nur nicht damit gerechnet, dass jetzt nordeuropäische Staaten wie Deutschland, wie die Niederlande auf Lundabbing setzen würden, wenn der Euro dann erst einmal da wäre. Okay. Ich habe jetzt keine Frage oder Möglichkeit rausgehört. Ja, das ist die Frage. Was macht Deutschland jetzt? Was macht Deutschland jetzt? Also ich hatte es schon öfters gesagt, am besten gar nichts. Also ich sehe nicht, dass, oder anders, ich bräuchte konkrete Beispiele. Also es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, die man vielleicht, also die ich jetzt auch selber gar nicht kenne und wo ich sage, ja okay, kurz drüber nachgedacht, macht Sinn oder eben nicht. Aber wie gesagt, einfach jetzt pauschal dem Staat jetzt groß den Auftrag zu geben, das das Lohnlevel entsprechend auf den oder auf dem Stand zu setzen, weil wir die und die Produktionsfortschritte global haben, das halte ich nicht für sinnvoll. Also weil auch das wieder, also vielleicht die Frage habe ich gar nicht richtig beantwortet, wieso bin ich gegen Makroökonomik? Es hilft einfach nichts, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben ein durch alle Branchen, durch alle möglichen Dienstleister und Gewerbetreibenden haben jetzt einen Produktionsfortschritt von fünf Prozent. Das sagt aber nichts darüber aus, dass es vielleicht irgendwie eine Couchschukrise gab und ein Gummiboothersteller auf einmal minus acht Prozent hatten. Das muss man voneinander trennen. Das sind eine sind so mikroökonomische Anpassungen, also welche Branche oder welches Unternehmen legt jetzt die Löhne Also wenn der Staat das allgemeine Lohnlevel verändert, dann gilt das ja auch für den Gummiboothersteller, der jetzt die Couchschukrise hat und eben acht Prozent schrumpft. Also wenn bei dem Gummiboothersteller die Löhne dann null Prozent steigen und bei VW dafür die Löhne um zehn Prozent, dann hast du durchschnittlich eine Lohnsteigerung von fünf Prozent. Ja, aber das wäre jetzt ja wieder fraglich, wie soll eine staatliche Steuerung das denn vonstatten bringen? Also der Staat kann das dann global über... Durch Staatsausgaben, durch Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, das kann der Staat nämlich auch festschreiben, wenn die Gewerkschaften selber in einer zu schwachen Verhandlungsposition sind. Also all das könnte der Staat machen. Bankreich macht ja das sehr aktiv mit Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen. Da hast du eine relativ... Also du hast keine große gewerkschaftliche Organisation, aber der Staat, der setzt dann halt das, was die Gewerkschaften verhandelt haben, allgemeinverbindlich durch. Das heißt, du brauchst gar nicht mal viele Gewerkschaftsmitglieder, um allgemeingültige Tarifverträge hinzukriegen. Jedenfalls war das eine ganze Zeit so. Das hat sich in den letzten zehn Jahren auch immer mehr aufgelöst, seitdem Frankreich auch auf eine Strategie des Lohndumpings setzt. Also weil man sonst, weil man irgendwie hinter Deutschland, also weil man irgendwie diesen deutschen Vorsprung wieder aufholen muss. Ja, wenn ich die ganze Thematik etwas umdrehen würde, würde ich mich jetzt an deiner Stelle aber fragen. Die Beobachtung, dass eben Deutschland auf Lohndumping setzt und diese Strategie verfährt, macht ihn für mich nicht unbedingt zu einem vertrauenswürdigen Akteur, da sozusagen jetzt eine gegenteilige Politik zu machen. Also er bekommt ja dann letztlich neue Vehikel, neue Tools, um jetzt anscheinend gute Dinge umzusetzen, aber ob die dann tatsächlich so kommen, überzeugt mich dann am Ende nicht. Wie meinst du das konkret? Raus, raus, raus. Wie meinst du das konkret? Naja, also das ist allgemein so ein Problem, was ich bei, wenn ich das als linke Politik bezeichnen würde oder überhaupt bei Linken sehe, ist, dass sie an sich eine Analyse, den Staat an den richtigen Stellen angreifen und auch kritisieren, aber ihre Rezepte immer auch den gleichen Staat bedürfen und benutzen. Und da, also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, also wie man überhaupt noch ein gutes Haar an einem Staat lassen kann, der ja letztlich doch für sehr, sehr viele Verschlechterungen und schlechte Zustände verantwortlich ist, dass, wenn man jetzt die Regularien so und so macht, auf einmal dann doch funktional für den kleinen Mann ist. Die richtigen Leute müssen im Staat an den richtigen Stellen setzen. Dafür braucht man eine vernünftige politische Partei, die so ein sozialdemokratisches Programm, wie ich es gerade teilweise skizziert habe, vertritt und die das dann politisch umsetzt. Also genauso wie du wahrscheinlich eine Partei unterstützen würdest, die ein liberales Programm umsetzt. Wir haben keine liberale Partei, das ist leider das Problem. Nicht mal die FDP? Nein, um Gottes Willen. Die AfD auch nicht, deiner Meinung nach. Also da, nein, nein. Also da sind ja noch viele andere Problematiken. Sorry, dass ich dich jetzt wieder unterbreche. Das ist jetzt gar nicht eigentlich Thema unserer Debatte, aber das würde mich jetzt schon interessieren. Warum ist die AfD keine liberale Partei? Die will ja beispielsweise die Erbschaftssteuer komplett streichen, die Vermögensteuer, die aktuell nur ausgesetzt ist, komplett abschaffen, der Einkommenssteuer, deutliche Steuersenkungen umsetzen, aus dem Euro raus. Also warum ist das deiner Meinung nach keine liberale Partei? Ich beantworte dir die Frage, keine Sorge. Nur ich würde, weil sonst kommen wir da komplett weg, einfach nochmal den Unterschied machen wollen, weil du hast gesagt, es ist entscheidend, dass die richtigen Personen an den richtigen Stellen sitzen. Und das ist genau der Unterschied zum Liberalen. Also der eben möglichst ein, und das ist natürlich das, was nicht funktioniert, was der Neoliberalismus ja hat versucht zu implementieren, und denkt in Prozessen und in Strukturen, dass der Staat sozusagen von alleine funktional läuft und nicht an Personen gebunden ist, die dann mal das und mal das machen, weil das ja letztlich sämtliche Aktionsmöglichkeiten der Menschen verändert und beeinflusst. Und deswegen lieber ein System, das mehr oder minder von alleine läuft, wo man relativ geringfügig was verändern kann, wo es nicht wichtig ist, dass richtige, gute Leute da sitzen, sondern dass einfach der Prozess an sich in gewisser Weise gerecht oder wie auch immer wir das nennen wollen, austariert ist. Und dass eben vor allen Dingen die Leute vor Ort selber für ihre Geschicke dann verantwortlich sein können. Das nun mal da als Einlassung. Warum ist sie nicht liberal? Ja, ich habe das auch schon vereinzelt gehört, dass sie gegen Erbschaftsrecht sein sollen und sowas. Also ich, vielleicht stütze ich mich dazu sehr auf das, was ich so um das Höcke- Umfeld aufnehme. Aber Höcke ist ja alles andere als gegen Erbschaftssteuern. Und er hat da auch mal was zum Thema Gender Pay geteilt und, ich kann mal mal legen, wie das war. Also es ist ja wurscht, aber dass er prinzipiell schon durchaus für die, sage ich mal, hiesige Bevölkerung an Verteilung durchaus interessiert ist. Also auch was große Kapitalgesellschaften aus dem Ausland angeht, etc., dass er natürlich da gar keine Probleme hätte, da jetzt irgendwie die Steuerkeule rauszuholen und solche Sachen. Und natürlich, das ist das große, große Problem der AfD ist natürlich alles, was im Bereich der Migrationspolitik fällt. Denn da sehe ich, sicherlich ist es so für viele der einzige Rettungsanker im Anbetracht der Flüchtlingskrisen, die wir haben. Aber das ist trotzdem alles nichts, was mich als Liberalen überzeugt oder was ich akzeptieren kann. Also wenn ich es als polemisch ausdrücken würde, Planwirtschaft funktioniert nicht und das gilt auch für Migration. Und das ist das, was ich von der AfD für mich auch aufnehme. Ganz interessant, dass wir jetzt zu diesem Thema kommen. Migration, würdest du da sagen, dass der Staat da auch so gut wie gar nicht regulieren sollte und eigentlich jeden nach Deutschland kommen lassen sollte, der nach Deutschland kommen will? Und auch jeden auswandern lassen sollte, der auswandern will, ohne irgendwelche störenden Regularien in beide Richtungen? Also auswandern definitiv. Also das ist eigentlich für mich, wenn ich einen Staat betrachte, das allerwichtigste, also eines der wichtigsten Stellschrauben. Also wie sieht die Option raus? Wie komme ich raus? Was muss ich an Kapital vielleicht da lassen? Auch gerade wenn ich Unternehmen in irgendeinem Staat habe, das ist ja auch der Fall. Und das Land verlassen, dann sind ja auch verschiedene Abgeltungssteuern fällig und sowas. Also das ist für mich eine ganz zentrale Frage, dass ich natürlich im Prinzip hier rausgehen kann und alles, was ich nachweislich erwirtschaftet und versteuert habe, mitnehmen kann. Dass da nicht nochmal zusätzliche Hürden anfallen und irgendwelche Probleme sind. Weil erst dadurch gibt es ja einen gewissen Wettbewerb zwischen verschiedenen Staatsformen, der möglichst unverzerrt ist. Also wenn ich sonst wie viele, es sind ja schon sehr viele logistische Hürden auf persönlicher Ebene, wenn ich auswandern würden würde. Man bricht Bände und Familie, was auch immer. Und wenn man dann noch die ganze ökonomische Betrachtung mit drin hat und dann eben auch irgendwelche Sachen abgeben muss, also klar, da wirklich so gut wie gar keine Vorschriften. Also so gut wie, sage ich jetzt, weil natürlich irgendwas wird es immer geben, an was ich jetzt auch nicht denke, gerade wenn man jetzt irgendwelche kriminellen Machenschaften noch irgendwie in Betracht zieht. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich irgendwelche grundsätzlichen Regularien, aber natürlich sollte es ganz, ganz, ganz geringfügig sein. Das Einwandern gestaltet sich etwas schwieriger. Einfach wenn wir jetzt daraus betrachten, dass es gerade auch jetzt im liberalen Umfeld sagt man häufig oder geht man häufig auf diese Clubtheorie. Also wenn man jetzt Deutschland sozusagen als Club sieht und wir haben nun mal irgendwo Landesgrenzen, dann ist das ja alles besetztes Gebiet, das gehört irgendjemandem. Und wenn da jemand reinkommt, dann kann der da nicht einfach sein, ohne das abgeklärt zu haben. Aber da würde ich auch sagen, absolut flache Hierarchien. Es sollte nicht unbedingt dem Staat obliegen, zu sagen, du kommst hier nicht rein oder du kommst hier rein, sondern dem, dem das da gehört. Also ich meine, wir hatten das ja, wo die Gastarbeiter gekommen sind. Das ist letztlich sehr staatlich abgelaufen oder inszeniert worden, aber da haben ja Unternehmen ja auch Bedarf angemeldet und Leute reingeholt. Und sowas kann ich mir auch einfach jetzt vorstellen, dass wenn eben, ja, wenn einfach irgendwelche Programme auch von Unternehmen irgendwie sinnvoll erachtet werden, dass sie sich da irgendwelche Arbeiter von Indien, was auch immer, holen möchten. Und ja, das sollte natürlich sehr einfach möglich sein, dass die dann hier leben können, wenn sie das denn wollen. Ich weiß, dass das dann wieder ganz viele andere Druckprobleme mit sich bringt. Also man hat Brandein dann in Indien und die Frage der Freiwilligkeit stellt sich ja dann auch, kommen die hierher, nur weil sie ihre Familien durchbringen wollen und so weiter. Das ist natürlich, das sind ganz viele Probleme mit, aber ich versuche trotzdem irgendwo das Individuumblick zu halten und ich finde es, vielleicht ist es naiv, aber ich finde es eine schöne Vorstellung, dass man grundsätzlich frei in der Entscheidung ist, wo man leben kann und will. Und deswegen halte ich eben staatliche Vorschriften für problematisch. Staatliche Vorschriften sind immer nur dann in sehr, sehr flachen Auswirkungen, sage ich mal zulässig, wenn der Staat auch irgendwie implizit gebraucht wird. Also sprich die Sicherung, die Grundsicherung. Wenn jemand hierher kommt und jetzt tatsächlich nur eine Anwanderung in Sozialsysteme stattfindet, dann ist es legitim, dass der Staat da auch Forderungen stellt. Aber da gäbe es ja auch endlos viele Möglichkeiten, die ich jetzt auch nicht irgendwie als Zwangsarbeit verstanden wissen will oder sowas. Aber wir haben Probleme im Bereich der Pflege oder Erziehung, was auch immer. Es gibt überall so viel zu tun und ich sage nicht, dass irgendwelche Leute aus Syrien oder was jetzt unsere Kinder erziehen sollen, aber auch da müssen Kartoffeln geschält werden oder sowas. Und das mag jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen abgehoben klingen, dass ich jetzt sage, hier, Syrien sollen herkommen und unsere Kartoffeln schälen für die Kinder. Aber das ist ja trotzdem dann die Realität. Also ich hoffe, ich habe das jetzt beantwortet. Ich glaube, ich bin da ein bisschen zu weit. Also du findest, dass die Arbeitnehmerfreizügigkeit, die wir auf europäischer Ebene haben, dass das ein Modell ist, was wir auch auf internationaler Ebene, dass wir auch auf andere Länder ausweiten könnten? Prinzipiell ja. Also es ist eben immer die Frage, natürlich führt das wieder zu anderen Problematiken. Und da ist eben das Ding, wenn ich sage, Planwirtschaft funktioniert nicht. Wir bekommen dann vielleicht einen Ansturm von Leuten oder einfach die Unternehmen möchten, dass viele billige Leute reinholen. Dann haben wir wieder Druck auf den Wohnraum für alle. Und natürlich gibt es da wieder Folgeprobleme. Und dann stellt sich vielleicht schon irgendwann die Frage, ob man da jetzt doch regulierend irgendwie eingreifen müsste. Aber dann würde ich eben wiederum das nicht in so einem resoluten Maß haben wollen, dass dann keine mehr kommen dürfen. Sondern dann heißt es, bevor jetzt Unternehmen Leute hier reinholen, um irgendwie zu profitieren, müssten sie noch Wohnungen stellen und bauen oder was auch immer. Also dass einfach der Druck auf den Wohnungsmarkt dadurch ausbleibt. Aber auch das ist es eben immer, Sachen sind schnell gesagt. Und dann, man hat das ja im Kopf, wie viele Schritte dazu noch notwendig sind, die man noch alle mitmachen müsste. Und nur weil ich das alles jetzt vielleicht irgendwie mitdenke, kommt das vielleicht nicht um meine Lippen. Und deswegen mag das vielleicht ein bisschen konfus sein. Aber das ist so prinzipiell ja. Also deine Frage zu beantworten, ja, natürlich. Ich bin absolut für Freizügigkeit. Ja, der Arbeitnehmerfreizügigkeit. Ich sehe, dass das in der EU definitiv ein wichtiges Grundrecht ist, dass ich jetzt beispielsweise nach Dänemark oder nach Polen oder in irgendein anderes europäisches Land gehen könnte und da arbeiten könnte, wenn ich das wollte. Aber wir sehen ja, dass das gerade in osteuropäischen Ländern zu einem riesigen Ausbluten geführt hat. Dass man hier gesagt hat, wie ist jetzt Arbeitnehmerfreizügigkeit in einer wirtschaftlichen Situation, wo diese Länder keine vernünftige Industrie hatten, also keine Beschäftigungsmöglichkeiten für die Leute hatten. Wenn du dann 20 Prozent Arbeitslosigkeit hast, sagt sich halt die Hälfte der Arbeitslosen, okay, ich gehe dann halt nach Westeuropa, da verdiene ich besser. Und dann hast du halt die junge, gut ausgebildete Bevölkerung, die abgewandert ist. Und du hast dann halt noch alte Leute, die du versorgen musst. Und ja, du hast dann auch die Kinder, die nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium auch häufig wieder gen Westen abgehauen sind. Also das ist, das hat ja in osteuropäischen Ländern zu einem Problem geführt. Deswegen sehe ich diese ungeregelte Migration auch sehr kritisch. Also wenn wir das jetzt, keine Ahnung, noch auf den Balkan komplett ausweiten würden oder auf die Türkei. Also es gibt ja in der Umgebung der Europäischen Union Länder, wo diskutiert wird, ob wir da die Arbeitnehmerfreizügigkeit auch darauf anwenden würden. Und deswegen sehe ich das sehr kritisch, die einfach so auszuweiten, weil das eben auch in den Herkunftsländern zu großen Problemen führen. Ja, genau. Ich hatte es ja ein bisschen schon angedeutet. Natürlich ist es das Problem, dass man am Ende dann fähige Leute aus den Ländern sieht. Und das lässt sich nicht einfach so wiederherstellen. Nichtsdestotrotz haben wir, selbst bei den Leuten, die in die Systeme, also in die Transfersysteme einwandern, haben wir sehr, sehr hohe Quoten von Rückführungen in die Herkunftsländer. Also das ist ja nicht das Geld oder der Wert fließt ja doch schon auch in die Länder zurück. Und ja, ich sehe momentan auch nicht, dass das irgendwie großartig Wachstum dort bringt. Aber das ist ja eben die Frage, ob das nicht langfristig trotzdem die bessere Option ist. Also wenn jemand dann hierher kommt und meint, das ist jetzt eine gute Entscheidung und führt dann entsprechend auch wieder Geld zurück in sein Heimatland. Über Jahrzehnte kann sich das am Ende aussahen. Ja, bei einem komplett armen afrikanischen Land, dass keine eigene Produktion, außer vielleicht ein bisschen Landwirtschaft, also dass wirklich kein nennenswertes Bruttoinlandsprodukt hat. Wenn da dann ja Gelder zurück überwiesen werden, dann können das makroökonomisch relevante Summen sein. Aber wenn du ein osteuropäisches Land hast, was schon halbwegs industrialisiert ist, was aber gerade die alten Industrieprodukturen gerade zerschlagen wurden, damals durch die Öffnung im Westen, also das war ja Schocktherapie, brauchen wir jetzt nicht ordentlich darüber reden. Aber wenn du dann so eine Situation mit hoher Arbeitslosigkeit hast und dann quasi die Grenzen öffnest und sagst, so wandert mal alle aus. Ihr dürft nach Westeuropa, kommen Arbeitnehmer, Freizügigkeit und die Menschen machen das dann. Dann hast du vielleicht einen kleinen Teil in Rücküberweisung. Das gleicht aber nicht im Mindesten die Verluste aus, die du ja durch den Verlust an Arbeitskräften hättest, die du, den du durch den Verlust von Arbeitskräften hast, die du sinnvoller hättest einsetzen können, wenn du halt eine vernünftige konjunkturelle Entwicklung hättest und die Arbeitskräfte erstmal weg sind und du dann in zehn Jahren wieder eine besser laufende Konjunktur hast, dann sind sie weg. Dann kannst du vielleicht wieder versuchen, die Löhne zu erhöhen, was dann wieder die Konkurrenzfähigkeit deiner gerade wieder neu aufgebauten Exportindustrie nochmal unterminiert. Das heißt, du sorgst durch diese hohe Abwanderung für Ungleichgewichte, die dir selbst Schaden zufügen und die auch das Lohnniveau in Westeuropa, das dann eine andere Seite der Medaille drücken können. Also das ist auch ganz interessant. Also wie stark da jetzt der neoliberale Politikwechsel in den 80ern und wie stark da die Zuwanderung, die wir in der Bundesrepublik ja durchgängig hatten, was da welchen Anteil hat, das vermag ich jetzt natürlich nicht zu sagen. Aber dass seit den 90ern, wo wir immer eine relativ hohe Nettozuwanderung hatten, die Löhne der Ärmsten so gut wie überhaupt nicht gestiegen sind. Also das ist schon interessant, dieses Zusammenfallen. Du würdest sagen, solche Ungleichgewichte, die muss man tolerieren und da sollte man nicht reguliert eingreifen. Ja, also auf jeden Fall nicht von staatlicher Seite, ja. Weil ich für mich, ich habe es ja schon einfach ausgeführt, ich sehe die Grundproblematik dieser Nichtanpassung von wirtschaftlichen Kräften gerade darin, dass der Staat da einfach eingemischt sich hat und dadurch eben auf diesem Ungleichgewichte im Schaden sind. Nun vielleicht einen kleinen Punkt eben dazu. Also für mich ist es eben schwierig, ich versuche schon als Individuum Blick zu haben und wenn jemand den Wunsch hat, aus welchen Gründen auch immer, irgendwo anders hinzugehen, dann finde ich es schwierig, wenn wir sagen, dass der Staat jetzt sozusagen eine Hoheit hat, zu entscheiden, wo jemand leben darf. Also das wäre es ja letztlich, wenn wir jetzt sagen, Ungarn darf seine Leute nicht mehr nach Deutschland lassen, weil Ungarn ausblutet vom Humankapital, ja. Ganz furchtbares Wort. Das kann ich irgendwie, ja, das mag jetzt moralisch und naiv sein, aber ich kann damit nicht leben. Das fühle mich damit nicht gut und das wäre für mich einfach kein Argument. Die Leute oder Menschen allgemein sollten entscheiden können, wo sie leben, solange, also insbesondere, solange sie subsidiär leben, also auf eigene Beine stehen und wenn man regulierend eingreifen greift, dann eben wirklich nur, wenn es auch um Transferleistungen geht, weil dann sind ja die Verhältnisse ein bisschen anders und du hast es angesprochen, wenn eben das in einem relativ großen Umfang passiert, dann kann das natürlich dazu führen, dass hier Löhne entsprechend wieder sinken, dass das Ganze nicht so attraktiv ist und der Abfluss nachlässt oder vielleicht dann doch auch welche wieder zurückkommen. Ja, natürlich ist es vielleicht eine schwache Hoffnung, darauf zu setzen, aber ja, ich denke, mein Punkt ist gemacht. Ja, ja. Wie gesagt, ich verstehe da deine Position auch, weil das ja wirklich ein krasser Eingriff in die persönliche Freiheit ist, wenn du sagst, Migration sollte begrenzt werden, also du darfst nicht mehr in das Land auswandern, wo du hin auswandern willst, aber bei, ja, ich finde das, Migration bei Räumen, die wirtschaftlich relativ homogen sind, also Westeuropa jetzt absolut unproblematisch ist, aber schon bei, ja, Osteuropa wird es schwierig, also wenn du Länder wie Rumänien, Bulgarien hast, die eine riesige Abwanderung haben und die immer mehr ausbluten, ja, schon da finde ich es schwierig und wie gesagt, weil das jetzt noch auf weitere Länder ausweiten würde, wie die Türkei oder wie die ganzen Staaten auf dem Balkan, dann, ja, dürften wir da eine ähnliche Entwicklung sehen. Ja, aber ich glaube, damit können wir das Thema Migration schließen, weil das auch ziemlich, ziemlich interessant ist. Ja, das ist ja eines der Themen, wo der Staat uns am meisten einengt, inwieweit, ja, wir unsere persönliche Lebensführung gestalten dürfen, also wenn wir aus einem anderen Land kommen, dass wir hier nicht einfach sein dürfen, sondern dass wir dann, wenn wir aus dem Ausland kommen, bestimmte Anforderungen erfüllen müssen. Genauso ist es ja, wenn wir jetzt aus Deutschland ausreisen wollen und andere Länder. Deswegen fand ich das Thema relativ interessant und habe das jetzt noch mal angesprochen. Ja, ich hatte das an anderer Stelle schon mal gesagt, also was ich prinzipiell, gerade wenn es um den Staat und um einmal unser Staatssystem sinnvoll findet, das hatten ja auch die USA gemacht, als sie nicht mehr Herr wurden in der Situation, ist ein einfacher Move, Amtssprache Deutsch. Das mag jetzt banal klingen, aber damit kommen nur noch Leute, die sich so weit für den Schritt interessieren, dass sie im Vorfeld die Sprache beherrschen. Und dann hat man auch fast alle Transferprobleme gelöst. Und ja, bevor da auch wieder welche Kommentare vielleicht auftauchen sollten, Asylrecht würde ich davon ausnehmen. Also da wäre ich auf jeden Fall für Lösungen vor Ort, also Botschaften vor Ort und dann eben auch entsprechend wirklich Leute, die tatsächlich relevant verfolgt werden, die das nachweisen können. Also da reicht es mir nicht, weil man irgendwie der Cousin eines Schwagers, eines irgendwas dahergelaufenen ist, der irgendwie mal im Kontext, das heißt mal Ortskräfte, Afghanistan oder was zu tun hat und dann hat auf einmal Asylgrund. Also da sollte man schon dann auch entsprechend nachprüfen und da machen. Die müssen nicht vorher Deutsch können, um Hilfe zu bekommen. Das wäre eben noch wichtig. Aber prinzipiell als grobe Sache ist Amtssprache Deutsch oder wie es die USA gemacht haben mit Amtssprache dann Englisch, hat man schon ziemlich viel gelöst. Ja, Asylrecht, da sind wir bei einem weiteren interessanten Punkt. Der Staat sollte deiner Meinung nach also auch die Grundrechte, die beispielsweise am Anfang des Grundgesetzes stehen, die sollte der Staat garantieren? Ja, natürlich. Also die Grundrechte sind in der Absolutheit sehr sinnvoll. In der Praxis haben sie leider so viele, wie nennt man das, nicht Paragraphen, diese Unterartikel. Also das Grundrecht auf Eigentum, das wird ja dann in den Folgeerklärungen dann doch wieder sehr stark eingeschränkt. Aber die prinzipielle Aussage, ja, natürlich, Eigentum ist so schützen und sollte man haben dürfen. Aber wie schon sagen wir mal, ich finde, dass das grundgesetzlich an vielen Stellen dann immer so aufbaut, dass dann doch sehr viele Grundrechte in Frage gestellt werden können, wenn der Staat das dann möchte. Ja, ja, aber... Also ich weiß ja, damals, als ich zur Musterung musste, da hatte ich die, wie sagt man, die temporäre Aussetzung meiner Grundrechte unterschreiben müssen. Weil man hat ja dann keine Verfügung mehr über den Wohnort und über die Arbeitswahl und so weiter. Und sowas finde ich sowieso immer sehr spannend. Also, dass man dem Staat oder den Strukturen sehr schnell ein Schnippchen schlagen kann, wenn man sich eben weigert, wie ich das da in dem Fall getan habe, sowas zu unterschreiben. Weil die dann irgendwie, ja, die sind ein bisschen ratlos, weil sie brauchen die Unterschrift, damit sie das tun dürfen. Und wenn man das nicht tut, dann ergeben sich so viele Folgeprobleme im Prozess. Aber gut, das tut jetzt nichts zu lassen. Das ist ja nicht nur an der Stelle. Ganz witzig. Und da siehst du auch keine bessere Möglichkeit als den Staat, der das garantieren kann, diese Grundrechte. Also... Ja, das ist eben die Frage. Die Frage, klar, es kann bessere Systeme geben. Und ich bin immer dabei, wenn wir irgendwie eine Möglichkeit haben, wo wir im persönlichen Austausch miteinander Regeln besser umsetzen. Also, das ist ja auch das Hauptkonzept von Hayek, die spontane Ordnung. Dass einfach Leute sich zusammenfinden und generell ohne Anleitung einfach eine Ordnung entwickeln und darüber wieder Wissen vermittelt wird und sich Systeme oder Strukturen etablieren, die dann funktional sind. Letztlich ist ja auch der Staat nicht anders entstanden. Es ist eben die Frage, wie er so dysfunktional werden konnte. Also, so abgehoben, so abgekapselt von dem, was real passiert. Das ist ja das, was ich beispielsweise auch in dieser Makroökonomik habe. Man hat das Gefühl, dass eben letztlich die, ich würde es jetzt sagen, Politdarsteller gar keine Ahnung haben, was eigentlich real abläuft. Und die sind so in ihren Ministerien und ihnen Abläufen drin, dass ich einfach nicht sehe, dass der Staat noch diese Funktionalität besitzt, die eigentlich Menschen im normalen, spontanen Umgang miteinander haben. Aber bei der Makroökonomik, da schaut man sich ja eben diese Realität an. Das würde ich jetzt sagen. Also, da guckt man ja... Also, du bekommst ja, du, 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 das ist ja, wir hatten ja Anfang auch schon ein paar Beispiele, wie man jetzt sagt, wir haben Fachkräftemangel. Haben wir nicht. Das ist natürlich Quatsch. Ja, das ist natürlich Quatsch. Aber makroökonomisch ist es Quatsch. Weil wir ja genug freie Leute haben, die nicht in Arbeit sind, die theoretisch die Posten besetzen können. Aber auf dem Punkt, wenn man sich das anguckt als Unternehmen, ist es ja dann schon so, dass sich, was weiß ich, bestimmte Handwerker wie Dachdecker oder sowas, dass es da einen Engpass gibt. Und da sehe ich einfach für mich die Dysfunktionalität von Makroökonomik. Ich kann sagen, ja, wir haben, weiß ich nicht, 300.000 offene Stellen. Da funktioniert der Preismechanismus nicht. Bitte? Da funktioniert der Preismechanismus nicht. Also da müssten doch die Löhne von Dachdeckern deutlich steigen. Ja, naja, gut, das ist eben die Frage. Die Dachdecker werden ja auch von jemandem bezahlt, der ja auch nicht mehr Geld in der Tasche hat. Ja, aber wenn sie so gefragt sind, sonst hätte man ja da keinen Mangel. Naja, es gibt ja schon sowas wie eine Art Grenznutzen. Also ein Unternehmen kann ja nicht quasi, also wenn die Kosten entsprechend dann derart hoch werden, dass sie keine Ahnung mehr finden für ihre Arbeit, dann hören die irgendwann auf, diese Löhne, also dann können die einfach nicht mitgehen mit den theoretisch notwendigen Lohnhöhen. Ja, dann ist diese Arbeit ja offensichtlich nicht notwendig, wenn sie darauf verzichten können. Nein, also wieso ist sie da nicht notwendig? Also Häuser werden ja gedeckt. Ja, siehst du, das ist eine notwendige Aufgabe und da muss sie eben dementsprechend höher vergütet werden, wenn sich da nicht genug Arbeitnehmer für einen bestimmten Lohn finden. Ja, aber es hilft ja nichts, wenn die nicht in Arbeit kommen, weil sie diese Aufträge nicht bekommen, dadurch, dass die Kosten zu hoch sind für die anderen Unternehmen. Also, ähm... Ne, die Kosten steigen ja für alle anderen Unternehmen. Das heißt dadurch... Ja, ja, natürlich, das wird dann auch wieder umgeschlagen. Also, ähm... Ja... Wir haben es hier mit einer Umverteilung von Ressourcen von der Restwirtschaft jetzt zu den Dachdeckern, wenn da ein Mangel ist, zu tun. Also alle anderen zahlen einen Aufschlag dafür, dass es halt mehr Dachdecker gibt. Das ist ein ganz normaler Preismechanismus. Ja, natürlich, also in the long run. Und ich meine, unterm Strich werden die Arbeiten ja erfüllt, ne, aber... Also, wenn ich jetzt in meinem Metier schaue, ich meine, wir haben einen relativ großen Pool, also ich bin im Einzelhandel tätig, an Leuten, die die Arbeit theoretisch ausführen können. Da sind auch die Schulungsmöglichkeiten relativ niederschwellig, dass man die Leute dann auch relativ schnell auf zumindest im unteren Level arbeitsfit machen würde. Aber auch da ist es eben so, dass... Also selbst ausgebildete Leute müssen nicht auf die Stelle in dem Unternehmen passen, ne. Also das hat ja auch was mit der Teambildung zu tun. Auch da wieder eben das Stichwort der spontanen Ordnung. Wenn da Leute eben komplett nicht in dieses Team sich integrieren lassen oder integrieren wollen und dadurch eben wieder Reibereien passieren und vielleicht die Produktivität entsprechend zurückgeht. Und das sind für mich einfach diese Punkte, wo ich für mich keine Funktionalität, also zumindest nicht in dem, was ich mache oder in dem, was für mich irgendwie relevant ist, Funktionalität in Makroökonomik sehe. Weil die Arbeit nun mal vor Ort stattfindet mit Menschen, die eben so mannigfaltig sind, dass man das nicht an diesen Kennzahlen oder an sowas wie einfach auf dem Papier gegebene Berechtigung für einen bestimmten Job, dass das dann automatisch dem Job dann auch ausführt und so weiter. Makroökonomik schaut ja auch nicht auf einzelne Investoren, sondern auf die gesamte Volkswirtschaft. Und wenn du jetzt zweieinhalb Millionen Arbeitslose, laut offiziellen Zahlen, die tatsächlichen Zahlen sind noch wesentlich höher, das wird ja in Ecken und Enden schön gerechnet, aber wenn zweieinhalb Millionen Arbeitslose hast, dann hast du offensichtlich Unterbeschäftigung. Dann muss der Staat für mehr Nachfrage sorgen, um diese Leute in Arbeit zu bringen. Ja, da sehe ich auch wieder etliche Verzerrungsmöglichkeiten. Und ich vertraue einfach da den Fähigkeiten des Staates nicht genug, als dass ich das jetzt sehe. Für mich ist es dann auch da wieder, ich könnte wieder zurückkommen zu meiner Arbeit in Verdi, wo ich das eben auch gesehen habe, wie man mit Dingen umgeht, die eigentlich völlig klar sind, dass sie kommen werden. Also dass man beispielsweise eben einfach Leute nicht also rechtzeitig irgendwie umschult. Oder das kann ja auch eine Gewerkschaft. Also auch eine Gewerkschaft hat ja verschiedene Sparten, die sie bedienen kann. Und wenn man eben weiß, dass Automatisierungsprozesse kommen und die kamen, also alleine, wenn man sich jetzt den Kassierprozess oder sowas anguckt oder auch die Warensteuerung, da hätte man sehr frühzeitig die Leute Umschulen ausbilden können, auch über Gewerkschaften, auch die können das oder aufklären können. Aber statt eben sowas zu versuchen, gehen Gewerkschaften eben lieber den Weg, dass man diese Möglichkeiten im Unternehmen entreißen möchte. Also dass man eben verpflichtendes Personal bei automatisierten Geschichten noch reinbringt. Ich meine, das ist ja auch aus der Vergangenheit so, wenn man eben sieht, dass auch in Diesel-Loks anfangs noch die Kohle-Schippern noch mitfahren mussten, gewerkschaftlich, damit die eben nicht arbeitslos werden. Das ist Irrsinn, dass man da nicht eben, und das ist heute nicht groß anders, dass man da nicht eben schon im Vorfeld sich überlegt, die Leute einfach dazu zu animiert, was Neues zu lernen, was anderes zu machen. Denn... Ja, nee, das ist vielleicht immer ein anderer Punkt. Okay. Ja, aber erst mal musst du überhaupt in Arbeit bringen und das kann der Staat eben durch eine vernünftige makroökonomische Politik meiner Meinung nach schaffen. Ja, weil ich sage ja gerade, das sind ja technische Entwicklungen, wieso die Arbeit nicht mehr da ist. Also das heißt, die sind ja in Arbeit und sehenden Auges werden, beispielsweise in der Warensteuerung durch verschiedene Algorithmen, nicht mehr so viele Leute gebraucht und dann werden sie entsprechend, ja, entlassen, freigesetzt, was auch immer. Und die hätten auch was lernen können. Die hätten auch, ich sage mal, wenn sie ein bisschen im Programmieren geschult worden wären, hätten sie auch für die Algorithmuspflege umgeschubt werden können und so weiter. Natürlich kann man jetzt auch sagen, der Arbeitgeber hat auch gepennt. Also vielleicht hat er ja auch jetzt unnötig sein Personal freigesetzt und hättet ja auch zukunftssicher ausbilden können. Aber, also mir ging es nur um die, um die, um das Prinzipielle, dass das eben. Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade gebracht hast. Also wenn Unternehmen Leute entlässt, weil halt die Produktivität gestiegen ist, weil es nicht mehr so viele Arbeitskräfte braucht, dann ist jetzt die Frage, kommen diese Leute auf den Arbeitsmarkt, wo ihnen quasi neue Jobangebote hinterher geschmissen werden oder kommen sie auf den Arbeitsmarkt mit 10 Prozent Arbeitslosigkeit? Das ist ja schon ein großer Unterschied. Also in einem Arbeitsmarkt, wo du sehr schnell Ausbildungsstellen, neue Jobangebote findest, ja, lernst du viel eher was anderes. Da kriegst du ja viel eher eine andere Ausbildung. In einem Arbeitsmarkt, wo Arbeitskräfte knapp sind. In einem Arbeitsmarkt, wo Arbeitskräfte genug vorhanden sind, da kriegst du diese andere Ausbildung ja eben nicht. Deswegen brauchst du ja eine makroökonomische Politik, die die Arbeitslosigkeit möglichst gering hält. Also erstmal fehlen mir da die historischen Erfolge. Also wenn ich mir das jetzt immer so betrachte und ja, auch da, ich bin nicht überzeugt. Also ich sehe eben nicht, wie man da konkret, also diesen Bedarf oder wo die Leute wirklich hin müssen oder welche Entwicklungen kommen, sehen die Unternehmen und vielleicht eben auch noch Gewerkschaften oder Bildungsträger. Aber das sieht eben nicht eine zentralstaatliche Planungsbehörde, die sich anguckt, oh, wir haben jetzt, weiß ich nicht, bei den Dachdeckern, genau werden sie es nicht mal haben. Die werden dann vielleicht sagen, oh, das Handwerk, hört man ja dann auch mal am Appal an Radio, das hat jetzt so und so viel Probleme bei jemandem zu suchen und ja, was folgt dann wieder daraus? Ich will ja auch keine zentrale Planungsbehörde, sondern ich will einfach nur, dass der Staat für genug Nachfragen sorgt, damit es gesamt wenig Arbeitslosigkeit. Wo die genau eingesetzt werden, ja, das entscheiden dann eben marktwirtschaftliche Akteure und zu einem kleineren Teil ist der Staat ja auch selbst Arbeitgeber, aber im größten Teil entscheiden das privatwirtschaftliche Akteure. Das entscheidet ja gar nicht der Staat. Und was historische Erfolge angeht, ich habe mir jetzt noch mal hier ein Wikipedia-Ticket zum Nachkriegsboom rausgesucht. Nach dem Zweiten Weltkrieg, da hatten wir ja eine Politik, so wie ich sie gerade beschrieben habe, niedrige Zinsen, stabile Zinsen vor allem, Wechselkurse, die fixiert waren, also deutlich höhere Steuern, vor allem für die Reichen, also Deutschland Spitzensteuersatz in der Spitze, glaube ich, bei 95 Prozent, glaube ich, da war nur kurzzeitig dann Vermögensabgabe in den 50er Jahren von 50 Prozent. Ungefähr so eine Politik hatten wir damals. Und das Wachstum, das lag zwischen 1950 und 1973 bei 4 Prozent in Westeuropa, also im Durchschnitt aller westeuropäischen Staaten. Danach, also von 1973 bis 1994, im Zeitraum danach, lag es nur bei 1,7 Prozent. Und bei der vorherigen Friedensperiode, also von 1890 bis 1913 vor den Weltkriegen, also die Periode während den Weltkriegen, das sehe ich an, dass die nicht vergleichbar ist, da lag das Wachstum bei 1,4 Prozent. Das heißt, das Wachstum lag nach dem Zweiten Weltkrieg ausgerechnet in dieser Periode in Westeuropa mit weitem Abstand am höchsten. Also da hatten wir wirklich das höchste Wachstum, als eine Politik gemacht wurde, wie ich sie gerade beschrieben habe. Ja, aber wer verwundert das? Ich würde mich jetzt gar nicht hinstellen und sagen, naja, das war Ludwig Ehrth mit seiner Agenda und dem freien Wirken des Breachmechanismus. Aber nein, ich denke, jede Regierung hätte da Wachstumsraten verzeichnet. Das war alles am Boden. Also alles andere als Wachstum, was sollte da kommen? Also es war ja nicht mehr viel da, was man... Und natürlich steht dann da ein Wachstum. Und wenn man sich das auch anschaut, also das ist ja auch immer letztlich, hat es ja auch so ähnlich schon gesagt, das ist eine relevante Größe. Wenn sich der Pool ermöglichen Arbeitskräften stark verkleinert im Verhältnis zum Kapital, dann haben wir auch natürlich ganz andere Verhältnisse und es sind nun mal viele gestorben nach dem Weltkrieg. Wir hatten also fast, ja nicht die gleiche Menge Kapital, das ist ja vieles zerstört gewesen, aber wir hatten zumindest, relativ hohe Kapitalmöglichkeiten und viel weniger Leute, die arbeiten. Und ja, dadurch haben wir automatisch einfach entsprechende Entwicklungen. In vielen realsozialistischen Staaten, nachdem da die sozialistischen Regierungen zusammengebrochen sind, lag da nicht einiges am Boden. Wieso ist da das Wachstum denn erstmal eingebrochen, wo man eine neoliberale Politik gemacht hat? Also dann komme ich jetzt doch nochmal auf das Beispiel mit der Schocktherapie in Osteuropa. Da habe ich tatsächlich absolut keinen Einblick drin. Also ich weiß es auch nicht genau. Okay, dann lassen wir das. Also ich weiß ja gar nicht, wie es bei Russland beispielsweise ausschaut, nach dem Fall der Sowjetunion. Wirtschaftsleistung hat sich etwa halbiert. Also das war eine absolute Katastrophe in den 90ern, nachdem man alles privatisiert hat. Für mich ist ja auch letztlich Russland immer noch sehr autoritär. Also inwiefern die sich jetzt sozusagen neoliberal geöffnet haben, erschließt sich mir nicht. Das wäre vielleicht nochmal, ich weiß nicht, inwiefern du schon kurz machen möchtest. der Zentralbank beispielsweise strikte Austeritätspolitik, also seit den 90ern Russland. Okay. Da sind alles solche Prinzipien. Das ist eine Frage, die ich bei dir anfangs gar nicht so wahrgenommen habe. Also jetzt habe ich ja doch über die Zeit ein paar mehr Videos noch geschaut. Und mir ist ja anfangs aufgefallen, dass du sehr, sag ich mal, dich doch mit den Dingen beschäftigst und sie argumentativ versuchst anzugehen und dich relativ fernhältst von Plattitüden, wobei ich jetzt wie gesagt letztens sehr häufig diesen Vorwurf mit neoliberal und neoliberaler Politik gehört habe. Und deswegen wäre für mich so die Frage, du hast es eben gerade schon halb angesprochen, was bedeutet denn Neoliberalismus für dich oder was ist das denn? Also quasi analog, du hast, ich glaube, das war ja sogar heute mit Markus Krall ja dich darüber ein bisschen echauffiert, dass sozusagen alles, was er nicht mag, ist Sozialismus. Und ich will das jetzt nicht widerspiegeln, aber es kommt in Teilen dann so rüber als alles, was du nicht magst, als neoliberaler. Das ist tatsächlich eine interessante Argumentationslinie. Ja, Neoliberalismus bezeichnet eine Gruppe liberaler Strömungen, die sich im Grunde genommen gegen drei zentrale andere Strömungen aus dieser, aus den 30er Jahren, die sich im Grunde genommen gegen drei andere zentrale Strömungen zu der Zeit gerichtet haben. Gegen den Faschismus, gegen den Kommunismus und den Keynesianismus. Also diese New Deal Politik, wie sie damals schon in den Vereinigten Staaten betrieben wurde, die wurde als eine Art ja kollektivistisches Regime gesehen, als etwas, das zu bekämpfen gilt im Sinne von, also manche haben gesagt, wir müssen wieder zurück zum laissez-faire, wir müssen wieder zurück zum neutralen Staat des 19. Jahrhunderts, der fast kein Sozialsystem hat, also beziehungsweise nur ein sehr geringes Sozialsystem, der möglichst wenig in die Wirtschaft eingreift und der vielleicht strategische Infrastrukturinvestitionen macht, der vielleicht, der eine Armee stellt, der ein Sicherheitsapparat stellt, der aber sonst sich so gut wie komplett aus der Wirtschaft raushält, also Staatsquote nahe 10 Prozent, wie wir es im 19. Jahrhundert hatten. Das war damals so mehr oder weniger die Situation, in der der Neoliberalismus entstanden ist. In der Realität hatte das dann die Auswirkung, dass egal, wie viel Staat existiert, also auch heute haben wir noch viel stärkere Staaten als im 19. Jahrhundert, egal, wie stark der Staat abgebaut wurde, egal, welche neuen Regelungen da durchgesetzt wurden, egal, welchen Sieg man errungen hat, es war immer zu viel Staat, die Steuern waren immer zu hoch, der Staatsanteil, also das soziale Sicherheitssystem war immer zu stark. Also das war dann die grundsätzliche Argumentationslinie, egal wie viel Staat es gibt, es ist immer zu viel. Okay, ja, also das ist eben das, was für mich auch häufig rüberkommt, dass man neoliberal fast gleichsetzt mit möglichst wenig Staat, aber dann könnte man sich ja auch genauso klassisch liberal nennen, weil das ist eigentlich, also du hast es eben so halb schon gesagt, also der Neoliberalismus ist ja entstanden daraus, weil man sich gesagt hat, der klassische Liberalismus hat versagt, weil er zu wenig staatliche Möglichkeiten gegeben hat und deswegen haben sich ja einige dann überlegt, man müsste ja doch die und die und die und die Steuerung einbauen und das sehe ich eben extrem kritisch, also ich bin kein Freund von Neoliberalismus und auch Hayek beispielsweise hat sich Neoliberal genannt, er gehört ja eher zu den Ordo-Liberalen, die den Staat als Schiedsrichter sehen, dass er Rahmenbedingungen vorgibt, aber eben nicht selber mitspielt und das halte ich auch für sehr sinnvoll und deswegen finde ich es immer so ein bisschen komisch, wenn ich mir die Welt angucke, wie staatlich durchsetzt sie ist, also dass man ja, man kann ja im Prinzip nicht mal eine öffentliche Toilette betreiben, ohne dass der Staat dir sagt, wie das jetzt auszusehen hat und trotzdem, sind wir im Neoliberalismus und das ist nicht falsch, weil eben Neoliberal nicht bedeutet wenig Staat oder möglichst kein Staat, sondern, ja, wenn man es jetzt polemisch in deinen Rechten ausdrücken will, ein Staat nach den Interessen der Kapitalhabenden und das ist sehr schlecht, also ich nehme lieber dann das Wort Korporarismus, also quasi dieses Verquicken von marktwirtschaftlichen Interessen und marktwirtschaftlichen Systemen mit einem Staat, der letztlich zum Nachteil der meisten anderen ist. Ja, wie gesagt, historisch hat sich dafür halt der Begriff Neoliberalismus durchgesetzt. Ja, na klar, ich habe auch kein Problem, wenn man das entsprechend dann so herleitet, aber es wirkt eben immer so, ja, als wären Neoliberale sozusagen für den kleinen Staat oder für den schlanken Staat oder sowas, das ist nicht der Fall, also dafür ist auch die Stürmung viel zu divers, ich meine auch hier, die Sarah Wagenknecht nimmt ja ganz gerne mal den Alexander Rüstow als Beispiel, der zum Beispiel auch eine Erbschaftssteuer von 100% gefordert hat. Finde ich irre, dass so jemand trotz allem auch als Liberal mitgelten kann, dass das eine gute Idee sei, einfach sozusagen nichts mehr dem Erbe zu überlassen, aber auch der gehört letztlich zu den Neoliberalen. Ja, auch die FDP, die hatte zu der Zeit extrem staatsinterventionistische Forderung, also eine Freiburger Thesen, ich glaube Erbschaftssteuer von 70% hatten die da gefordert, das war in den 70er Jahren, das überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was wir heute sehen, also heute, damals war die FDP radikaler als heute die Linkspartei. Ja, also kann sein, ich bin nicht in der historischen Untersuchung der FDP großartig bewandert, ich sehe, was sie gemacht haben, seitdem ich mich für Politik interessiere und das ist gar nicht so lange, 2013 angefangen, also ich war eigentlich sehr unpolitisch lange Zeit und das hat für mich alles nichts mit Liberalismus zu tun, was sie fordern oder was für Ideen sie haben. Also klar, es gibt immer so Spurenelemente, die irgendwie, aber nein, am Ende sind das auch Etatisten, die ihre Fründe haben wollen und sie nähren und die sind dann vielleicht nochmal ein bisschen besser organisiert, was so dann die Revolving-Dohr-Wirtschaft angeht und ja, sie nutzen den Staat zu ihrem Vorteil und nicht zum Vorteil der meisten oder der Freiheit oder des Liberalismus. Aber wenn Christian Lindner jetzt beispielsweise sagt, wir sollten den Staatsanteil nicht weiter steigern, wir sollten beispielsweise keine Steuern erhöhen, dann ist das doch eine liberale Forderung, oder? Ja, das ist Marketing, natürlich, er möchte wieder gewählt werden und das... Also es werden Steuern erhöht, ja, okay, dass das in der Realität nicht mal eingehalten wird, das ist ziemlich lustig, aber grundsätzlich ist das doch eine liberale Forderung, wenn die FDP sich dran halten würde. Ja, also ja, wenn ich das jetzt so pauschal sehe, es wäre das, aber auch da wäre für mich wieder entscheidend, was das jetzt genau bedeutet. Also jetzt einfach zu sagen, wir senken die Steuern und dann senken wir wieder irgendwelche Steuern, die die meisten Leute gar nicht großartig betrifft, also im Steuernbereich von Immobilienwesen oder sowas oder eben auch im Aktienbereich, da brauchen wir keine Steuersenkungen. Also klar, ich bin dafür, dass wir da Regularien durchaus abbauen, aber Steuersenkungen brauchen wir dann, hast du ja von euch mal angesprochen, eher in so einem Bereich wie Mehrwertsteuer und vor allen Dingen, was alles mit Konsum zu tun hat, weil da ja dann doch die Einkommensschwachen am meisten unterleiden. Du hast gerade den Begriff Etatisten verwendet, wie würdest du Etatismus definieren? Oder welche politischen Ideologien würdest du darunter subsumieren? Ja, also das ist ja das, worum ich die ganze Zeit schon kreise. Eigentlich fast alle, die die Machbarkeit und die Unfehlbarkeit des Staates voraussetzen. Also wir müssen lang genug und breit genug über Dinge nachdenken und dann setzen wir irgendein Gremium ein oder eine Institution und dann funktioniert das dann. Das wären für mich so prinzipielle Etatisten, die einfach von dieser Hybris ausgehen. Wir haben eben die Zahlen und die Daten und wir können jetzt daraus ableiten, wenn wir den und den Schritt gehen, dann wird sich alles so und so entwickeln. Also würdest du Makroökonomie allgemein schon als etatistisch bezeichnen, beispielsweise? Nee, das kommt ja darauf an, was daraus folgt. Also wenn daraus folgt, dass wir den Akteuren mehr Macht verleihen, also den Arbeitnehmern und den Gewerkschaften, die eben auch sich frei bilden müssen. Also Gewerkschaften verpflichten wäre beispielsweise auch ganz furchtbar, aber solange Gewerkschaften, also die Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft freiwillig ist und auch deren Arbeit möglichst ungestört und freiwillig funktioniert, dann ist es eine gute Sache. Und, oh Gott, gib mir mal bitte die Frage. Ich habe gerade noch eine Frage. Etatismus. Ich hatte gerade gefragt, wäre Makroökonomie für dich etatistisch? Etatismus, aber Makroökonomie, natürlich, was daraus folgt, Makroökonomie ist ja erstmal deskriptiv. Wenn darauf makroökonomische Empfehlungen folgen, dann ja, dann sind das für mich etatistisch. Ja, okay, das folgt ja meistens daraus. Wenn wir eine Stellstraube ändern, also sag ich mal den Zins, der sich ja wieder über Millionen von anderen Bereichen mit auswirkt, dann wäre das für mich eine etatistische Forderung. Und das wäre, ja, genau. Aber wenn wir eben sagen, wir geben den einzelnen Parteien mehr Macht, also beispielsweise, wenn wir jetzt sagen würden, wir verändern das Bankenwesen und dann ein bisschen mehr in Richtung Freebanking, dass eben auch Banken andere Möglichkeiten haben, der Kreditgeldschöpfung oder was auch immer, dann wäre das was anderes. Also weil dann hätte ich die Hoffnung oder zumindest den Glauben, dass sich dann Marktkräfte entsprechend sinnvoll arrangieren. Aber wenn wir einfach jetzt sozusagen diesen festen Zins der EZB als Absenken auf erhöhen und was auch immer, um jetzt irgendwelche Folgen, das ist für mich alles Voodoo. Das heißt, du wärst für die Abschaffung der Zentralbank? Ja, klar. Das heißt, wodurch sollte man das dann, also sagen wir jetzt mal, stellen wir uns mal vor, Deutschland hätte eine eigene Währung, wie sollte die aufgebaut werden? Das ist beispielsweise für mich auch etatistisch. Nein, also... Keine eigene Währung? Ja, also das Ding ist eben, also ich versuche möglichst out of the box zu denken. Und deswegen kann ich, das ist natürlich unbefrieden, wenn ich jetzt sage, ich kann ja nicht sagen, wie es aussieht. Aber es sollte möglich sein, wirklich eine Bank aufzumachen und ein eigenes Geschäftsmodell zu entwickeln, worüber man dann eine Währung imitiert. Es gibt ja auch jetzt schon, ich weiß nicht, über 30 Regionalwährungen in Deutschland, die mal mehr oder weniger gut funktionieren oder mal mehr oder weniger benutzt werden. Aber natürlich, da sollte die Öffnung sein. Und man sollte auch gar nicht jetzt sozusagen den Schritt zuerst machen, die Zentralbank aufzuheben und dann passiert das. Sondern man sollte einfach Gesetze streichen. Also beispielsweise gibt es ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Ich hatte anfangs mal gesagt, ich komme aus dem Bitcoin-Umfeld und es gab auch in Hannover sehr, sehr viele Leute, sehr gute Leute, die hatten sogar einen Geldautomaten. Also da konnte man Euros reinstecken, man bekam Bitcoin, man konnte Bitcoin reinstecken, man bekam Euro. Dieses Ding, ja, also das war schon ein sehr heikler Polizeieinsatz, das Ding ist tot. Weil das nicht erlaubt ist. Also du darfst keinen Geldautomaten einfach so benutzen, besitzen, anbieten oder sowas. Das ist durchreguliert. Und sowas kommt eben immer out of the box. Und deswegen, man muss nicht irgendwie was einführen oder aufheben, sondern man muss einfach, also doch, man muss eben Gesetze aufheben, die dies verunmöglichen. Wenn Leute kreativ drüber nachdenken, wie wir Geld imitieren, ein Bauer, der ein Ackerland hat oder sowas und das vielleicht dann auch für andere freigibt oder sowas und darauf baut sich dann, oder der Wert einer Währung imitiert und wird dann getauscht, was auch immer. Also es gibt so viele Dinge, an die ich überhaupt nicht denke, die machbar wären. Und man sollte einfach die Möglichkeit zulassen. Und ja, das klingt kompliziert. Das wird wahrscheinlich sehr viele Transaktionskosten und andere Probleme mit sich bringen. Boah, da werden sich dann wieder Clearingstellen ergeben und einfach eine andere Wirtschaft. Das sehen wir ja bei Bitcoin auch. Es gibt Bitwaller, womit man SEPA-Überweisungen machen kann. Es gibt Lightning, womit man sehr schnell Überweisungen in sehr kleinen Beträgen durchführen kann, wo man auch dann selbst den Satoshi nochmal aufsplitten kann später, wenn das mal sozusagen an die 21 Millionen geht. Also es gibt so viele Möglichkeiten in dem Bereich und das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man das auch anders umsetzen kann. Lasst einfach die Menschen machen, das wäre so mein Appell an Dauer. In unserem Geldsystem mit der Zentralbank hast du ja den Vorteil, dass du einen Zinssatz steuern kannst und dann planbare Investitionsbedingungen für die Unternehmen hast. Wenn du das nicht mehr hast, dann hast du ja einen Zinssatz. Ich will die Frage, den Vorteil für wen? Ein Vorteil für die gesamte Wirtschaft, wenn Investitionen stattfinden. Ansonsten müsste der Staat halt investieren. Also dann hättest du noch mehr Staat. Da hätte ich jetzt auch prinzipiell nichts gegen. Ich habe da absolut keine ideologische Vorliebe in irgendeine Richtung. Hauptsache es wird investiert, Hauptsache die Wirtschaft wächst, Hauptsache die Ressourcen werden bereitgestellt, aber dass Investitionen stattfinden, das ist für mich das Entscheidende. Okay. In deinem Beispiel hast du keine planbaren Investitionsbedingungen für Unternehmen und du sagst ja auch, der Staat soll das nicht machen. Naja, also wie gesagt, deswegen habe ich ja das auch quasi mehr oder minder umschifft. Also kein Mensch hat eine Ahnung und ich bin noch nicht so wahnsinnig zu sagen, wir schaffen jetzt auf gleich die EZB ab. Ich bin dagegen. Ich finde es problematisch, dass man eben letztlich diesen Zahlungsmittelzwang hat. Also man braucht an sehr vielen Stellen Euro. Ich habe mich nicht zu sehr damit beschäftigt, mit der MMT. Aber ich meine, die geht ja auch davon aus, gerade dadurch, dass der Staat Steuern verlangt, das ist ja das Problem auch mit Bitcoin. Ich habe jetzt Bitcoin, aber kann damit die Steuern quasi theoretisch nicht bezahlen, je nachdem, wie das dann wirklich mal als relevantes Geld genutzt werden kann. Ja, aber auch da, wie gesagt, ich denke, dass man einfach die Möglichkeiten, also faire Möglichkeiten, auf allen Ebenen geben soll, für Währungswettbewerb. Und dann wird sich etwas Gutes durchsetzen. Aber das ist wieder die Frage, ich habe es eben angeteasert, die Frage des Zwangs. Also kann sich dann wirklich sozusagen das Bessere, das Gute Geld gegenüber dem Schlechteren durchsetzen, wenn es mit Zwang genutzt werden muss? Aber das führt jetzt wahrscheinlich ein bisschen ab. Ja, also das war jetzt, glaube ich, zu weit für ihn. Ja, wir haben anderthalb Stunden jetzt fast schon geredet. Ich würde sagen, entschließe ich die Debatte und verabschiede mich von dir. Okay. Vielleicht macht man das nochmal. So ein paar Sachen hätte ich noch auf der Uhr, aber wir können gerne dann hier zum Schluss kommen. Jo. Und dann ist das immer wieder. Vielen Dank.